Herzlich Willkommen. Ich freue mich sehr. Wie eine lauschige Location. Viele Gesichter habe ich heute schon mal gesehen. Manche Gesichter kenne ich auch schon. Eins hat mich an einen traumatischen Tag in meinem Leben in Gran Canaria erinnert. Ne, vor Gran Canaria, das war Lanzarote. Ein Gran Guanche Teilnehmer, mit dem wir den ersten Tag verbracht haben. Ja, der Besenwagen ist endlich mal wieder in Berlin vorgefahren. Hat geparkt hier vor der W-Pizza in Berlin-Mitte. Und ja, wir freuen uns sehr mal wieder hier in Pauls Heimat einen kleinen Podcast aufzunehmen. Es gibt eine lustige Geschichte, wie wir hier eigentlich dann unseren Gast verankert haben. Aber das können wir gleich mit dem besprechen. Ich sage erst mal wie immer, mein Name ist Bastian Marx. Meiner ist Paul Voss. Und meine Andi Stauff. Und wir... Ganz kurz so. Und wir bitten zu uns unseren heutigen Gast André Korff. Komm mal ran. Applaus Guten Abend miteinander. Hallo André. Schön, dass ich hier sein darf. Ähm, ich bedanke mich nochmal kurz bei unseren Partnern, weil so ein Live-Podcast wird auch immer präsentiert und wird so möglich gemacht mit ein, zwei Partnern. Wir haben heute Schwalbe dabei. Irgendjemand von euch hat Glück gehabt und was gewonnen. Aber das werden wir erst nachher auflösen. Und auflösen. Und zu Beginn dann auch nochmal danke an Kloster Kitchen. Und ich würde sagen, wir stoßen alle nochmal an, beziehungsweise eröffnen diesen Live-Podcast mit einem Ingwer-Shot. Tschüss Leute. So, ich bin mal gespannt auf diese Kombination. Ich habe gerade ein Espresso getrunken. Jetzt ein Ingwer-Shot und jetzt habe ich hier noch einen Radler. Ähm, jo. So, André Korf. Ich darf ihn heute kennenlernen. Ihr zwei kennt ihn glaube ich schon. Wir sind uns zwar irgendwie schon zweimal über den Weg gelaufen zumindest. Zuletzt bei der Deutschen Meisterschaft Straße habe ich dich gesehen, aber haben wir nicht gequatscht. Heute dürfen wir uns mal kennenlernen endlich. Ich bin gespannt. Ich glaube da lauern einige interessante Geschichten, die noch nicht erzählt wurden. Auf sowas freue ich mich ja immer besonders. Und wir fangen an mit der Geschichte, dass wir hier einen Live-Podcast in Berlin geplant haben. Und über Gäste nachgedacht haben. Und André Korf eigentlich einer der Ersten war, auf die wir kamen. Ich weiß eigentlich nur, dass Paul Voss meinte, Korfi ist super. Der wohnt auch nicht so weit weg oder der ist hier. Und jetzt haben wir heute erfahren, dass André Korf in Nürnberg lebt. Und jetzt hier extra angereist ist heute. Seit 25 Jahren übrigens. Weil ich schon noch kein Hotel hatte, weil ich jetzt auch gerade noch buchen musste oder buchen konnte. Danke, dass du trotzdem den Weg auf dich genommen hast. Ich war fest davon überzeugt, dass du echt so ein Berliner Umland lebst. Aus irgendwelchen Gründen. Aber ja, hast gerade erzählt, das ist schon sehr, sehr lange her. Genau, also ich habe tatsächlich mal in Berlin gewohnt. Es ist allerdings 26 Jahre her? Nee, 32 Jahre her. Und dann damals tatsächlich für sechs Jahre. Also ich war mal hier. Ja, knapp daneben, ja. Ja, Vossi hat das auf jeden Fall für immer so gespeichert. Und ich glaube, der Abend könnte dafür verantwortlich sein, dass die Karteikarte jetzt im Vossgehirn umgelagert wird. Ja, vielleicht wird dann Wikipedia auch mal aktualisiert. Ja. Da hast du deine Infos, ja? Nee, aber da steht anscheinend auch nicht Nürnberg drin. Nee, ich muss da berichtigend dazu sagen. Also ich wohne nicht direkt in Nürnberg. Ich wohne so zwischen Nürnberg und Bamberg. Also in Forchheim heißt der Ort. Aber es ist auch weit weg von Berlin. Ja, ja. Aber nichtsdestotrotz, ich bin sehr gerne hierher gekommen heute. Ja, über diese Updates in deinem Leben werden wir ja heute mal sprechen. Mal gucken, wann in deiner Karriere das passiert ist. Aber tatsächlich, wenn das irgendwie 26 Jahre her ist, dann ist das ja fast noch als aktiver Radsportler passiert, ne? Ja, tatsächlich. Ja, okay. Wie gesagt, ich glaube, es ist sogar noch länger her. Ich glaube, ich habe von, jetzt lasse ich mich lügen, von 87 bis 92 in Berlin gewohnt. Und danach bin ich nach Hamburg gezogen für sechs Jahre. Ja. Bis 98 in Hamburg gewohnt. Und dann, seitdem wohne ich da unten in Forchheim, ja. Ja, dann ist ja eigentlich wirklich, deine ganze Profikarriere hast du da schon gewohnt. Genau. Ich bin damals, als ich 98 quasi da runtergezogen bin, in dem Jahr bin ich auch Profi geworden. Jetzt mal kurz zur Einordnung. André Korf ist jetzt 51 Jahre alt, wenn ich mich nicht irre. Wikipedia stimmt. Ja. Leider, ne? Ja, ich komme damit klar. Das ist in Ordnung. Ich muss auch noch einen großen Wechsel dieses Jahr vollziehen. Und wenn er bis jetzt so groß medial vorgekommen ist, dann eigentlich meistens in Verbindung mit Jan Ullrich. Ich weiß nicht, wer hier so richtig durchinformiert ist oder sich vielleicht vorher informiert hat. Ich hoffe, wir können heute mal so ein paar mehr Geschichten auch da herum aus dir rausholen. Da bin ich mir aber auch relativ sicher. Aber man muss ja auf jeden Fall mal erklären, dein Radsportleben hat nicht mit Jan Ullrich angefangen, aber ist relativ schnell in Verbindung mit Jan Ullrich gekommen. Und ihr habt dann einen ganz schönen langen Weg zusammen begangen. Ich habe auf jeden Fall lesen können auf Wikipedia, dass du mit neun Jahren zum Fischkombinatverein nach Rostock gegangen bist. Frico oder so hieß das abgekürzt? Fico. Fico, habe ich mir schon gedacht. Der ist auf jeden Fall ein Schreibfehler dann in Wikipedia. Und da hast du dann den Jan schon kennengelernt. Und da stand auch, dass ihr wirklich in derselben Straße gewohnt habt. Stimmt das? Nicht ganz. Nicht ganz. Nicht ganz. Also wir haben wirklich im selben Stadtteil gewohnt, aber nicht in derselben Straße. Aber ich konnte aus meinem Kinderfenster oder Kinderzimmerfenster in sein Wohnzimmerfenster schauen. Das war tatsächlich so. Dann lass uns mal so ein bisschen teilhaben, wie du zum Radsport gekommen bist. War das in der Familie? Kam das in der Schule? War das wirklich mit neun Jahren oder warst du schon vorher dabei? Also es ging los. Oh Gott, jetzt muss ich überlegen. Das ist wirklich lange her. Ja, ja. Das ist... 81 tatsächlich. Ich bin ja wie gesagt in Rostock groß geworden, die ersten 13 Jahre zumindest. Und ich bin 81 das erste Mal zum Radsport gekommen. Eigentlich mehr zufällig. Also mein Vater war Fußballspieler, meine Mutter war Turmspringerin. Also die waren schon sehr sportbegeistert. Allerdings mit Radsport hatte bei uns keiner was zu tun. Es war so, dass wir früher im Osten... Ja, ich habe in der Platte gewohnt. Ja. Wir hatten riesengroße Parkplätze vor der Tür. Es gab allerdings keine Autos. Oder wenig Autos. Und auf diesen Parkplätzen wurde quasi der Radsport trainiert. Ja, also wir sind da quasi immer im Kreis gefahren oder die Jungs sind da immer im Kreis gefahren. Und bei mir war es tatsächlich so... Ich habe mal mit meinen guten Freunden damals, Schulkameraden irgendwie... Ja, es hat uns einen Spaß draus gemacht. Dann haben wir gesagt, pass auf, die müssen hier einmal um die Kurve fahren. Wenn wir da in dem Moment mit Schwung von hinten kommen mit unseren Tourenrädern, wenn die quasi auf Null sind, dann machen wir sie immer richtig lang. Ja, gemacht, getan. Ja, wir sind um die Kurve gefahren. Wir kamen mit Schwung vorbei an denen mit ihren Rennrädern. Ja, und hundert Meter später stand jemand auf der Straße und hat uns angehalten. Und dann haben wir gedacht, okay, jetzt kriegen wir einen richtigen Einlauf hier. Und da hat er aber nur gesagt, ihr zwei, ab Donnerstag seid ihr beim Training. Das war eigentlich mein Zugang zum Radsport. Ja, und dann hat er gesagt, ich soll zum Training, also gehe ich zum Training. War das Peter Sager? Nee, das war er noch nicht. Damals war ich noch, wie gesagt, bei FICO. Da gab es noch einen anderen Trainer oder Übungsleiter. Und so bin ich eigentlich wirklich zum Radsport gekommen. Aber das Interessante daran ist, also ich bin ja auch aus Rostock, auch in der Platte aufgewachsen. Das in den Parkplätzen hatten wir auch. Bei uns gab es ein bisschen mehr Autos. Wir waren 90er schon. Aber auch, wir sind Radrennen gefahren. Aber bei uns waren das dann die Kreisverkehre auf dem Hinterhöfen, die es ja zum Großteil gab. Genau, aber bei mir hat jetzt nicht jemand gesagt, komm zum Radsport. War eher das Gegenteil. Aber wann bist du dann zum damaligen, also ich bin ja zum PSV Rostock gekommen, wo Peter Sager war. Wann bist du da rübergekommen und wann war Peter Sager? Ich weiß nicht, wer Peter Sager von euch kennt, aber der kommt in relativ vielen Ulle-Dokus vor. Er ist so ein erster Heimtrainer gewesen. André Kreibel war da, du warst da, Eric Baumann, ich, noch ein paar andere. Auf jeden Fall über die Zeit waren da ein paar gute Leute unterwegs. Ja, bei mir war es dann wie gesagt so, ich war im Konkurrenzverein erst gewesen. Und ich bin dann, glaube ich, zwei Jahre später. Wir waren immer, Jan und ich, wir waren direkte Konkurrenten. Also eigentlich war es immer so, dass bei jedem Radrennen oder Crosslauf oder egal, was wir gemacht haben für Wettkämpfe. Jan war mal Erster, ich war mal Zweiter. Und ich bin dann irgendwie, glaube ich, zwei Jahre später, mit elf Jahren dann, glaube ich, zum gleichen Verein gewechselt, zu dem PSV. Und seitdem waren wir dann wirklich Trainingskumpel, so Trainingskameraden und haben halt auch die Radrennen zusammen bespritten, ja. Also hast du damals so alles gemacht? Bahn, Cross, Straße? Wir haben alles gemacht. Also wir sind Cross gefahren. Früher, glaube ich, dieses Crossfahren ging, glaube ich, mit zwölf oder dreizehn erst los. Davor sind wir gelaufen. Crossläufig war haben wir gemacht. Wir haben alles gemacht. Bahn, Straße, wie du sagst, ja. Ich hätte euch beide jetzt nochmal gefragt, so wie ihr, also ich kenne dich tatsächlich eben aus, Dokus und so weiter immer in Verbindung eigentlich mit Jan Ullrich. Weiß aber halt auch, dass da auch noch eine eigene große Profikarriere dahinter steht. Aber wie habt ihr beide das erste Mal von André gehört, in welchem Zusammenhang? Bei dir ist es ja ganz besonders, weil ihr aus derselben Stadt kommt. Also da muss man in der Jugend ja auch schon irgendwie Kontakt gehabt haben oder zumindest was gehört haben, oder? Ja, also bei uns, wir hatten so eine Baracke. Ich weiß nicht, ob es das damals bei euch auch schon gab, vom PSV. Und da hingen dann immer so Trikots von den jemaligen Sportlern, die da mal waren. Also Telekom-Trikots oder davor irgendwie auch noch Festina-Trikot an einem Punkt auch. Von daher, und Peter Sager hat auch immer sehr stolz von seinen Jungs dann geredet, die alle dann irgendwie beim PSV-Rostock waren. Und im Winter waren auch ganz oft du ja dann nicht mehr, aber so André Greibel war im Winter noch ganz oft immer da, Eric Baumann. Und wir haben uns dann Fußball gespielt, also als ich noch, keine Ahnung, 13 oder 14 war. Von daher hatten wir immer so ein bisschen den Bezug zu den Jungs. Der einzige, der wirklich irgendwie richtig weit weg war, war wirklich so Ulle. Der war irgendwie nie da. Aber klar, von André Korf war auch immer die Rede, ja. Aber als, weiß ich nicht, 12-, 13-jähriger Radsportler kennst du natürlich jeden Profi in Deutschland. Und dementsprechend halt auch André Korf. Der ist dann dazu noch mit Marcel Wüst dann mal zusammengefahren beim Team Festina. Marcel Wüst hat den Namen gegeben für das Junior-Team, in dem ich damals gefahren bin. Wir hatten auch Festina-Trikots an, also kannte ich natürlich, ich wusste, wer das ist, aber ich sag mal jetzt so persönlich kennengelernt haben wir uns dann wahrscheinlich erst viel, viel später. Also nach den Karrieren jetzt vielleicht mal so beim Radrennen irgendwie oder bei irgendwelchen Radsport-Events, wo André dann aber jetzt schon in seiner jetzigen Funktion war. Also vorher kann ich ihn nur als kleiner Junge, als großen Profi. Und ja, so kam das. Hast du irgendwelche, kannst du dich erinnern, wann du die zwei das erste Mal hast? Also heute. Nee, nee, so schlimm ist es nicht. Nein, also Paul habe ich tatsächlich schon durch Peter letztendlich kennengelernt. Der Name ist mit dem Begriff gewesen. Beim Andi war es halt so, ich weiß nicht, ob ich das erzählen kann jetzt, aber jetzt mache ich es einfach. Ich hatte mal einen Facebook-Account. Ey, die kommen wieder, ne? Also, da gab es letztens erst einen Artikel, dass Facebook auch bei der jüngeren Generation wieder im Kommen ist. Von daher, lange genug da bleiben, dann... Es kann sein, ich habe ihn nicht mehr, keine Ahnung. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, der Andi schrieb mich dann an oder auf Facebook an und sagte, geiler Name. Darren Dray habe ich mich gelandet. Ah, okay. Darren Dray. Du hast mich allerdings verwechselt mit André Greipel. Ach ja? Ja? Von da ist mir das erst mal richtig bewusst geworden. Okay. Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ja, witzig. Ja, ich schon. Ja. Ja. Nice, diese Facebook-Geschichte. Das ist öfter Thema bei uns. Ich habe meinen Facebook-Account noch, das gucke ich dir nach. Ja, auf jeden Fall. Muss ich erst mal runterladen. Ja, und dann muss man, glaube ich, jetzt nochmal so einen weiteren Grobüberblick geben, weil wir hier irgendwie so, also wir quatschen A über, wie bist du zum Radsport gekommen, Radsportjugend, DDR und dann, wie bist du Profi geworden, dann haben wir eine große Profikarriere. Und wer das noch nicht weiß, nach dieser Profikarriere, hier sitzt jetzt der hauptamtliche Bundestrainer für die Frauen in Deutschland. Also da gibt es jetzt dann auch in der dritten, im dritten Drittel, gibt es dann auch nochmal super viel zu erzählen. Genau. Muss man noch rausheben, Olympiatrainer. Ja. Kannst du dich auch Olympia, also nennst du dich selber Olympiatrainer oder Olympiasiegertrainer? Ich nenne mich Weltrekordkorf. Weltrekord. Ja, da können wir gleich drauf zu sprechen kommen, wir hatten ja vor zwei Wochen die Franzi Brause und da war ja sehr große Freude auf der Bahn in Paris, als der Rekord nicht gebrochen wurde. Da können wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, wie groß deine Freude war. Aber ja. Bist du ein Weltrekordhalter quasi, also mit Teil. Aktuell. Aktuell noch, ja. Mal schauen. Jo, dann tauchen wir wieder in deine Jugend ein. Wir waren stehen geblieben, du bist jetzt gewechselt in den Verein, in denen auch Ulle war, zum Peter Sager und ihr habt erstmal so eine, ich meine ihr seid die Besten eures Jahrgangs irgendwie, dann wahrscheinlich auch so DDR-weit, deutschlandweit, Auswahl und so. Wie geht das weiter? Erstmal, ich habe gelesen von so Bergmeisterschaft auf Rügen, solche Ausflüge und sowas. Das war wahrscheinlich erstmal für dich so eine ganz normale Kindheit da, oder? Ja, das hört sich jetzt kurios an, eine Bergmeisterschaft auf Rügen, aber für uns war das damals echt ein Berg. Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Ich meine, wie alt waren wir da? Zwölf, dreizehn Jahre alt, da zum Jagdschloss hoch. Das war schon spektakulär. Also ich fand's zumindest anstrengend, ja. Gut, klar, logisch. Also es ging dann so weit, also wie gesagt, ich habe den Verein gewechselt, bin dann die nächsten zwei Jahre dann in Rostock mit Jan zusammengefahren. Wir haben dann, ja, wie du es schon angeführt hast, wir haben schon einiges an Radrennen gewonnen. Ich glaube, ich war in dem einen Jahr dann, glaube ich, fünfmal DDR-Meister oder sowas, bevor wir dann 1997 nach Berlin quasi auf die Sportschule delegiert wurden. Wie alt war der da? Da waren wir 14, 13, 14 sowas, ja. Und das war letztendlich, ja, so der erste große Schritt, okay, dass du, ich sag mal, zu Ostzeiten weitergekommen bist überhaupt als Sportler, um irgendwann mal vielleicht ein großer Sportler zu werden, ja. Hast du dich da gefreut, als das passiert ist? Also ich meine, ist ja nicht wie, also ich glaube, heute die Distanz Rostock-Berlin ist irgendwie, ist näher, als es ja früher war. Also ich meine, ich kann mich auch erinnern, wenn wir in Berlin Radrennen gefahren sind, das war wie so eine halbe Weltreise. Drei Stunden im Auto, dreieinhalb, das hat sich so angefühlt wie in ein ganz anderes Land fahren. Wie war das denn für euch damals? Wurde ja diese Distanzen auch noch, ich denke mal, im Kopf auch noch größer waren. Ja, ich meine, die Distanz war gefühlt größer, ja. Kilometer waren es genauso viele wie heute. Ja, ja, klar. Aber es war schon gefühlt größer, klar, sicher. Und das war irgendwo, klar, du warst weg von zu Hause, ja. Also es war schon ein einschneidendes Erlebnis, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte auch anfangs meine Probleme, so die ersten vier, fünf Wochen, um damit klarzukommen, von der Familie weg, von den Eltern weg. Bei Jan, soweit ich das in Erinnerung habe, war es eigentlich eher weniger der Fall. Ich glaube, der war hier und da ganz froh, dass er mal ein Stück weit weg war von zu Hause. Von daher, ja, das war okay, aber das musste man in Kauf nehmen. Und es gab genügend Sportler damals, die den Schritt hätten machen können. Das ist aber irgendwie aus, keine Ahnung, aus Grund des Elternhauses, die das nicht wollten, dann irgendwie letztendlich sein lassen haben, ja. Wie viele Gedanken hat man zu der Zeit daran verschwendet, sein komplettes Leben mit Drahtsport zu beschäftigen? Weil so, ich weiß nicht, so der Begriff Profisportler, der war ja dann in dem Kontext irgendwie noch gar nicht so richtig vorhanden, oder? Nee, tatsächlich nicht. Also es war wirklich so, als wir damals nach Berlin gekommen sind, haben wir gedacht, okay, wir könnten mal die Friedensfahrt fahren oder irgendwie sowas, ja. Aber wirklich damit Geld zu verdienen mit dem Sport, das war eigentlich nicht unsere Sichtweise. Also hast du da gedacht, du wirst auch noch irgendeinen normalen Job dann mal machen? Ja, soweit habe ich noch nicht gedacht, aber ich wollte zu dem Zeitpunkt immer Fahrradfahrer werden, Punkt. Hat geklappt am Ende, ja. Ja, aber wie hat denn dann eine Radfahrerkarriere ausgesehen? Also jetzt angenommen, es hätte es die Wiedervereinigung nicht gegeben in dem Sinne, wie hat das dann weiter ausgesehen? Weil du sagst, du wolltest Radfahrer werden, aber hätten wir davon leben können im Osten? Ja, also keine Ahnung, ich meine, da bin ich vielleicht der falsche Ansprechpartner für, aber so ein Olaf Ludwig oder ein Uwe Raab, das waren ja auch alles gestandene Rennfahrer zu Ostzeiten, die Friedensfahrt-Etappen gewonnen hatten, ich meine, die haben auch letztendlich davon gelebt, solange sie es konnten in irgendeiner Form. Ja, und so haben wir halt in unserem jugendlichen Leichtsinn letztendlich auch irgendwie gedacht. Also wir haben jetzt nicht darüber nachgedacht, okay, wie werden wir, wenn ich 51 bin, meinen Unterhalt verdienen. Wie weit sind deine Eltern so mit dem Sport gekommen? Waren die auch mehr als Hobbysportler? Weil, also Turmspringerin klingt ja auf jeden Fall so, als müsste man das mal so auch ein bisschen ernsthafter betreiben. Nein, das war wirklich, bei ihr war es wirklich Hobby. Also meine Mutter war es Hobby. Mein Vater hatte die Möglichkeit damals in Rostock wirklich Fußballer zu werden, in der Oberliga zu spielen. Hat es allerdings nicht geschafft, weil er was mit dem Herzen hatte. Ja, aber die Ambitionen waren damals auch schon da, ja. Also muss man ganz ehrlich sagen. Okay, zu welcher Zeit oder sind wir jetzt schon so eigentlich in der Chronologie da angekommen, wo die Wende passiert und ihr Richtung Hamburg umsiedelt, oder? Wie kam das? Wie hast du das erlebt? Ja, also es ist, wie gesagt, es kam diese Wendezeit irgendwie, wir mussten uns irgendwie entscheiden, okay, was machen wir jetzt? Wir hatten die Schule abgeschlossen gehabt, also einen Realschulabschluss gemacht, hier in Berlin. Haben schon ein Jahr eine Ausbildung gemacht als, jetzt muss ich überlegen. Okay, wir mussten auf jeden Fall feilen und schweißen und was weiß ich, also ich glaube, das war Industriemechaniker war es, ja. Also, aber ganz gut, musstet ihr das wirklich machen, oder war das eher so? Nee, nee, die Zeiten waren vorbei, wo wir nichts mehr machen mussten. Also wir mussten dann tatsächlich, also die neue Welt, die war dann für uns genauso wie für jeden anderen. Also wir mussten wirklich dann morgens halb sechs aufstehen, um sechs mussten wir an der Werkbank stehen und unsere Ausbildung letztendlich machen. Und wie gesagt, ich kann mich erinnern, wir haben viel gefeilt und wir haben auch geschweißt und gedreht und was weiß ich was alles. Also wir haben das alles gemacht. Hat am Ende nicht wirklich gefruchtet, aber wir haben es auf jeden Fall mal probiert. Und dann war es tatsächlich so, das war dann 90, glaube ich, oder 91 war das, 91 müsste das gewesen sein. Und dann sind wir am 5. Februar 92 haben wir unsere Sachen gepackt und sind aufgrund des Fahrradfahrens, weil in Hamburg wurde eine neue Bundesliga-Mannschaft gegründet, sind wir dann nach Hamburg gezogen. Und dann haben wir erstmal ein halbes Jahr lang Rad gefahren. Da war erstmal nichts, bevor wir dann unsere Ausbildung weitermachen konnten. Ja. Wer hat das damals so organisiert oder wie seid ihr da gelandet über den Trainer? Wart ihr noch bei Saga zu dem Zeitpunkt? Nee, zu dem Zeitpunkt in Berlin waren wir ja bei Peter Becker schon. Das war ja unser Schleifer in Berlin gewesen, wenn man so will. Und Peter hatte damals den Kontakt zu Wolfgang Stroband in Hamburg. Und Wolfgang Stroband hat dieses Bundesliga-Team neu gegründet. Und daraufhin durch diesen Kontakt hat Peter halt gesagt, pass auf, ich habe hier vier gute Rennfahrer, junge Rennfahrer, mit denen könnte er sich das vorstellen, dieses Team zu gründen und von Grund auf wirklich neu aufzubauen. Und so ist das letztendlich zustande gekommen, dass wir dann nach Hamburg gezogen sind und dann dann in Hamburg quasi unsere sportliche Karriere erstmal weiter fortgesetzt haben. Jetzt wird es auf jeden Fall für mich interessant, weil jetzt kommt so eine Lücke. Ich weiß, das war jetzt 1992, es hat jetzt nicht super lang gedauert bis 1993, wo Ulle Amateur-Weltmeister wird in Oslo. Erste Frage, warst du da auch? In Oslo nein. Nein. Nee, nee, nee. Das war halt nur Ulle. Ich meine, Ulle ist halt in dem Jahr, keine Ahnung, er hat glaube ich fünf Bundesjährigen gewonnen. Und er stand glaube ich nicht unbedingt auf dem Zettel beim Bundestrainer für die WM. Aber nachdem er da in, jetzt muss ich lügen, in Neustadt an der Weinstraße, glaube ich, ein Bundesliga-Rennen mit fünf Minuten Vorsprung gewonnen hatte, kam keiner mehr an ihm vorbei. Also zumindest nicht mehr der Bundestrainer, der amtierende damals. Und er musste ihn mitnehmen zur WM. Und das hat sich dann gerechnet, ja, für beide Seiten. Ja. Ja, und jetzt ist nämlich so ein Gap. 97 bist du Stagär bei Festina. Und ich habe keine Ahnung, was zwischen 92 und 97 passiert ist. Und das müssen wir jetzt mal beleuchten. Das können wir gerne machen, das ist auch schnell erzählt. Ja. Also ich bin dann noch bis, jetzt lass mich lügen, 95 in Hamburg bei der RG Hamburg gefahren, in diesem Bundesliga-Team. Habe tatsächlich meine Ausbildungsende gemacht. Mhm. Nicht als Industriemechaniker, sondern als Bürokaufmann. Okay. Und bin dann 97, wie gesagt, also war dann noch bei der Bundeswehr ein Jahr. Und bin dann 97 als Stagär bei Festina eingestiegen und dann 98 Profi geworden, genau. Ähm. Aber dann bist du ja in den Jahren dazwischen auch gut gefahren anscheinend. Ja, ja. Also. Ja, ich habe hier und da auch so ein Rennen gewonnen, ja. Das ist schon mal vorgekommen. Aber du hast nichts dazu gefunden, ne? Wie? Wir müssen halt vielleicht auch mal so ein bisschen Kontext geben, wie es damals so mit Profi-Teams war, ne? Das ist ja eigentlich auch erst so die Geburtsstunde. Vielleicht kann Andi tatsächlich so ein bisschen Kontext dazu geben, weil dein Vater auch so im beginnenden Telekom-Team, was so das, weiß ich nicht, das erste deutsche so richtige Profi-Team war wahrscheinlich, mitgewirkt hat. Und so, das ist so die Zeit, wo du eigentlich halt musstest eigentlich ins Ausland, wenn du mit Radfahren Geld verdienen wolltest, oder? Ja, ich glaube so Ende der 80er gab es in Deutschland das Team Nürnberger, was so relativ professionell aufgestellt war. Das waren aber auch noch keine Profis, also die hatten keine Profi-Lizenz. Ja, und dann war, glaube ich, das erste Profi-Team in Deutschland war dann nicht Team Telekom, sondern das hieß damals noch Team Stuttgart. Das müsste dann so 1991, 1992 gewesen sein. Und das war dann, glaube ich, die erste professionelle Radsportmannschaft in Deutschland. Also, das weiß ich jetzt, ja. Jetzt zu André. Wann bist du schnell gefahren? Wie hat das so geklappt mit Festina? Wie ist das passiert? Hast du dich dann selbst darum bemüht, auch weiterhin Rad zu fahren und nicht Bürokaufmann zu werden? Also, wie gerade schon mal gesagt, also ich habe hier und da auch ein Radrennen gewonnen, also tatsächlich sogar in Frankfurt, den Mammelsweiner Berg, da sind wir zehnmal rüber gefahren, selbst das Rennen habe ich gewonnen. Also, ich war nie ein Bergfahrer, also keine Ahnung, wie ich das gemacht habe an dem Tag. André Greipel war ja immer deutscher Bergmeister. Ja, eben, genau. Aber da ist ja selbst sogar noch ein Vogte gefahren und ein Zemke und wie sie alle hießen und die habe ich an dem Tag im Griff gehabt. Aber anderes Thema. Also, wie gesagt, ich habe hier und da ein paar Rennen gewonnen. Und dann muss ich auch dazu sagen, kommt natürlich die Verbindung mit Jan Ullrich und Strohwand irgendwo ins Spiel und ich hatte da sicherlich auch ein bisschen Vitamin B. Zu dem Zeitpunkt hat er dann 1997 nach Ulle seinen Titten-Toursieg. Ja, also dann kam halt hier und da so ein, wo war ich jetzt stehen geblieben? Strohwand. Aber kannst du mal kurz erklären, wer das war? Wolfgang Strohwand ist der Manager von Jan Ullrich gewesen. Genau. Und er hat aber auch das Team RG Hamburg damals ins Leben gerufen, kann man sagen, oder? Genau, genau. Ursprünglich haben wir ihn darüber kennengelernt. Wie gesagt, er hat dieses Bundesliga-Team gemacht und war dann anschließend auch der Manager von Jan. Und über seine Kontakte, wie gesagt, und nachdem Jan dann 1997 die Tour gewonnen hatte, hatten wir natürlich auch im Ausland, ist man ein bisschen aufmerksam geworden. Okay, man wollte mehr deutsche Fahrer irgendwie im Zirkus haben und hat gefragt, ob er nicht noch einen deutschen Fahrer kennen würde, der sich mal präsentieren könnte. Und wie gesagt, 1997 bin ich dann zwei Radrennen, drei Radrennen, glaube ich, für Festina gefahren und konnte da, glaube ich, ganz gut überzeugen. Und dann habe ich ab 1998 meinen Vertrag gehabt bei Festina. Wie war das so, in ein französisches Team zu kommen? Also Englisch hat, denke ich mal, nicht ausgereicht da? Nee, das war... Musstest du rumziehen dafür auch, oder? Nee, das zum Glück nicht, nee. Also ich habe, wie gesagt, damals ja dann schon in Forchheim gewohnt. Ja, Forchheim ist 20 km weg vom Flughafen in Nürnberg. Da ging wirklich täglich vier Maschinen nach Paris. Also da hatte ich schon Glück gehabt. Nee, es hat kaum jemand Englisch gesprochen. Ja, also ich musste mich da wirklich echt bemühen. Irgendwie mein Französisch war auch gleich null zum Anfang. Aber ich habe es irgendwie hingekriegt. Also ich würde jetzt nicht unbedingt von mir behaupten, dass ich Französisch spreche, aber ich kann mich mit den Leuten verständigen und ich weiß, was sie meinen, wenn sie mich ansprechen. Jetzt kommt der Teil nämlich, vor dem ich dich nicht gewarnt habe, aber den ich schon angekündigt habe. Ich schreibe mir immer so die Teams raus. Kleines bisschen die Erfolge, wobei ich das bei dir auf Top Tens runtergerechnet habe, wo du immer einige im Jahr hast. Und dann aber so die Fahrer, mit denen du da zusammengefahren bist. Für Radsportinteressierte sind da nämlich schillernde Namen dabei. Und ich hoffe, zu dem einen oder anderen fällt dir ein bisschen was ein. Also 97 Stagia, du hast gesagt zwei, drei Rennen gefahren, ist gut gelaufen. Bist dann auch als Profi 98 bei Festina angestellt worden. In diesem Jahr hast du 13 Top Tens gefahren. Also eigentlich 13 Einstellige, ein zehnter Platz war nicht dabei. Das sieht schon ganz beeindruckend aus so. Die erste Profi-Saison. Wie war das für dich? Fielst du dir leicht? War das auch so erfolgreich, wie es aussieht? Wurde das vom Team auch so gesehen? Also Paritur zum Beispiel auch unter den Top-10-Resultaten in dem Jahr? Da bin ich sogar Sechster geworden, oder? Ja, kann sein. Genau. Das ist so lange her, sorry. Ja, also, ich denke mal, mein Einstieg war gut. Es war jetzt nicht grandios. Ich habe, wie gesagt, nur ein Radrennen gewonnen in dem Jahr. Aber ich war immer mit dabei. Und das ist natürlich vielversprechend, wenn du als junger Rennfahrer irgendwo in so ein Team kommst. Was natürlich schon einen richtigen Namen hatte zur damaligen Zeit. Sah seinen Stand letztendlich irgendwie, oder seinen Status da festzusetzen. Ist nicht so einfach. Aber ich habe das, glaube ich, ganz gut hingekriegt damals. Und aufgrund der Tatsache auch noch ein paar Jahre länger Vertrag gekriegt bei der Mannschaft. Also, wie gesagt, ich sehe mich jetzt nicht als Riesenrennfahrer, um Gottes Willen. Du musst das nicht so betonen, dass ich hier eine super Karriere hatte. Also, das ist wirklich nur... Ich war dabei. Ist ja auch nicht umsonst. Ich glaube, mit dabei sein kann man nicht. Ich würde schon sagen, dass es eine gute Karriere war, auf jeden Fall. Mit so vielen Top-Ten-Resultaten zu damaligen Zeitfunding auch. Aber wie war es eigentlich, in so ein Team zu kommen mit Virenk und Moreau und so? Ich weiß nicht, wie viele den noch kennen. Wie viele irgendwie jetzt schon von euch beim Radsport dabei sind, aber... Richard Virenk, den Namen hat man auf jeden Fall mal gehört. Unsere Generation, das waren ja damals so die größten Rennfahrer. Da sind so Leute... Da sind so Leute noch dabei. Also, ich lese das jetzt mal vor. Es wird nicht jedem was sagen, aber Richard Virenk, Christoph Moreau, Laurent Brochard, den habe ich auch immer sehr gefeiert. Alex Zülle war in dem Team, Jose Babeloki. Später kam noch, also in den späteren Jahren, deinen späteren Jahren in dem Team, kam noch ein Sven Teutenberg auch dazu, den wir gut kennen. Beziehungsweise den Bruder kennen wir sehr gut. Frank Schleck. Ja, jetzt zu Pauls Frage zurück. Wie war das so? Ja, für mich war das normal. Arbeiten gehen. Ja, was soll ich jetzt sagen? Ich kannte Ulle. Da sind die alle anderen auch nur ganz normale Rennfahrer, um Gottes Willen. In dem Kontext gesehen, stimmt das natürlich? Ja, stimmt. Der hatte 97 die Tour gewonnen, das muss man ja auch mal sagen. Ja, er war der Hero in der Zeit, also muss man ganz ehrlich sagen. Ne, was mir so und so im Gedächtnis geblieben ist, ich kann mich erinnern, glaube ich, das war auch 97 bei dieser einen Stagiaire-Sache da, ist in Virenk auch mitgefahren. Paris Tours, glaube ich, war das. Und ich kannte es bei Ulle, dass er sich da eine Traube bildet und 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 und, wenn der irgendwo aufgetaucht ist. Allerdings ist bei dem Radrennen auch in Virenk mitgefahren und ich weiß es noch wie heute, ich musste nach dem Rennen mit ihm zurück nach Paris zum Flughafen. Und ich glaube, ich glaube, ich habe 20 Minuten gebraucht, bis ich am Auto war. Das waren 100 Meter. Also es war wirklich, das war, also es war unglaublich, was da Menschen waren und den gefeiert haben. Also das war wirklich, und da hat man halt gemerkt, okay, das ist halt doch schon auch in Frankreich ein Nationalheld hoch 10. Also das war schon eine große Nummer, ja. Ich glaube, noch eine andere Situation, 98 im Frühjahr, weiß ich nicht noch, bin ich Paris-Nizza gefahren. Und da waren wir irgendwie, glaube ich, bei einer Etappe immer so in so einem Chateau untergebracht. Und da gab es wohl anscheinend einen ganz guten Wein. Und da wurde dann abends zum Abendessen mal so eine Flasche bestellt. Ich frage mich nicht, was die gekostet hat. Ich weiß es nicht. Alle anderen haben nur genippt. Ich habe den Schluck getrunken. Und dann habe ich aber auch meinen Hohn, meinen Spott gekriegt dafür, ja. Wie kann ich bloß? Kulturbanaus, das ist ja gut. Ich wusste es nicht anders, aber nicht besser. Ich habe dich vorhin schon, jetzt habe ich dich wirklich vorgewarnt. 98 Festina, wer sich ein bisschen mit Radsport auseinandersetzt, muss man auf jeden Fall mal nachgefragt haben, weil habe ich noch nie gehört, die Geschichte von einem, der in dem Team war. Also bei der Tour de France oder ich weiß gar nicht, ob kurz davor, wurde der berühmte Festina-Skandal losgetreten. Einer der Betreuer des Teams wurde an der französischen Grenze festgesetzt mit einem Haufen Medikamenten dabei. Und das Team wurde, ich glaube es wurde von der Tour de France ausgeschlossen, oder? Jaja, die sind komplett alle rausgenommen worden, ja. Aber du warst nicht bei der Tour de France dabei, oder? Ich war nicht dabei. Du hast das schön aus Forchheim mitverfolgt. Was heißt schön? Also es war wirklich nicht schön damals. Und wie gesagt, ich war damals trotzdem noch ein... Ja, wie soll ich sagen? Ich war halt keine Nummer in irgendeiner Form. War ich nie. Aber in dem Fall erst recht nicht. Also wie gesagt, zur Tour kam ich jetzt nicht in Frage. Ja. Für mich war ab dem Zeitpunkt, und das war, jetzt muss ich lügen, Anfang Juli, glaube ich, gewesen, als die Tour losging. Ich glaube, es war am zweiten, dritten Tag, oder was. War erst mal totenstille. Also ich habe nichts mehr gehört von diesem Team. Ich glaube ich zwei Monate lang. Und ja gut, ich wusste auch nicht mehr, ob es weitergeht, ob es jemals weitergeht, oder was jetzt passiert. Also ich glaube, den ersten Kontakt hatte ich dann irgendwie, glaube ich, im September wieder. Und ja, und dann hat sich die ganze Sache ja im Anschluss dann komplett geändert. Also wie gesagt, aus diesem französischen Team wurde ein spanisches Team und... Was ist daraus geworden? Welches Team dann? Festina. Festina. Es blieb weiter, der Name blieb Festina. Es blieb Festina. Aber es war ein spanisches Team? Ja, ja. Also 1998 bis 1998, einschließlich 1998, hatten sie eine französische Lizenz. Und ab 1999 dann eine spanische. Wir haben einen spanischen Chef gekriegt, einen neuen sportlichen Leiter, einen Komplettschef. Da war ein Spanier. Und der hat dieses Team quasi übernommen und dann letztendlich nochmal drei Jahre weitergeführt, ja. Okay. Das Team ist in Spanien auch immer unter dem Namen Lotus gefahren. Kann das sein? Genau, genau. Ja, das war tatsächlich so. Also wir sind in der ganzen Welt als Festina gefahren und nur in Spanien hatten wir andere Trikots. Und da stand Lotus dann drauf. Ja, die Automarke Lotus? Nee, nee. Also die Marke Festina hieß in Spanien Lotus, glaube ich, oder? Okay. Ja, genau. Also er hatte mehrere Uhren oder Firmennamen oder wie auch immer. Und er hat sie quasi in Spanien unter Lotus vertrieben. Genau, das war der Grund eigentlich dafür. Eine Interessensfrage von meiner Seite. Gab es in Deutschland Medieninteresse an dir, was das Thema anging? Oder hattest du komplett deine Ruhe zu der Zeit? Also ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, sage ich dir ganz ehrlich, aber soweit ich mich erinnern kann, hat mich da keiner genervt oder sowas. Also ich war wirklich zwei Monate wirklich komplett weg. Ja. Also es hat sich nie jemand irgendwie in irgendeiner Form bei mir gemeldet, ja. Also war ein bisschen eigenartig. Wie gesagt, ich stand damals da, ich bin gerade, meine Tochter ist glaube ich im August geboren worden. Und es war im Juli, war im Monat vorher. Also da steht man schon da und hat dann andere Probleme. Und dann machst du dir Gedanken, okay, wie geht's weiter? Wie gesagt, im September, dann kamen dann die ersten Anrufe dann wieder und und und, und dass es weitergeht. Aber ja, also ansonsten hat sich kaum jemand bei mir gemeldet. Marcel Wüst und du, ihr wart glaube ich die einzige deutsche Fahrer erstmal in dem Team, ne? Wart ihr viel zusammen unterwegs? Ihr seid ja schon auch irgendwie ähnliche Fahrertypen gewesen, oder? Ja, mit Marcel haben wir einiges gemacht, ja. Das stimmt, ja. Also wir sind viele Rennen gefahren. Okay, ich galt dann immer als junger Fahrer für ihn. Marcel ist jetzt, ich muss lügen, fünf, sechs Jahre älter als ich. Er war damals der Top Sprinter in dem Team und von daher war meine Aufgabe, ihn letztendlich den Sprint zu lancieren. Und ja, das denke ich mal, das habe ich eigentlich auch ganz gut hingekriegt. Ja, genau. Irgendwelche anderen Erinnerungen noch an die Zeit? Was ist dir so hauptsächlich im Gedächtnis geblieben an die Festina-Zeit? Ja, das hat jetzt alles irgendwie einen komischen Beigeschmack. Ja, also klar, das war das erste Jahr, das Startjahr, mein erstes Profijahr. Ja, das war sicherlich nicht das Einfachste, aber nachdem das nachher spanisch wurde. Ja, du warst ja noch ein paar Jahre da. Genau. Also jetzt die ganze Zeit auch. Genau. Es war eine schöne Zeit. Ich meine, ich war jung, wir konnten Rad fahren, wie wir lustig waren. Da gab es sicherlich immer eine Hierarchie, aber ja, es war eine coole Zeit. Bis 2000, muss ich ganz ehrlich sagen. Also 1999 war es noch, nee, das muss ich erstmal nachdenken. 1998 war ich da, 1999 war das zweite Jahr. Wie gesagt, da lief das alles an. Das war alles ein bisschen unterm Deckel gehalten worden da. Also wir haben da jetzt nicht groß irgendwie uns in Szene setzen können. Und 2000 hatte ich dann fast ein Jahr lang aussetzen müssen, weil ich am Knie operiert werden musste. Deswegen stehen da auch keine Ergebnisse drin. Genau, genau so ist es. Ich hatte da tatsächlich am 21. Januar meine Knie-OPP und glaube ich, die letzte war dann am 12. Dezember. Also ich habe das wirklich das ganze Jahr mit meinem Knie rumlaboriert und bin dann, glaube ich, zwölfmal operiert worden. Also ich bin heutzutage froh, dass es noch funktioniert, dass die Kniescheife noch drin ist. Die sollte zwischendurch mal amputiert werden. Das konnten wir alles ein bisschen abwinken oder abglätten. Aber im Endeffekt bin ich froh, dass es danach überhaupt noch funktioniert hat. Ich kann mich noch was aus der Zeit erinnern. Und zwar, klar, Marcel Wüst als Kölner auch, den hat man dann da gesehen und war total fasziniert. Und ich kann mich noch daran erinnern, ihr seid auf jeden Fall eine Zeitlang Specialized-Räder gefahren. Und ihr hattet damals die Spinergy-Laufräder. Ich weiß nicht, ob man das noch kennt. Das waren ja nur so vier Speichen, so Carbon-Speichen. Also in meiner Kindheit war das so das Rad. Aber wenn du dich jetzt so zurückerinnerst, ich glaube Marcel hat mir das irgendwann mal erzählt, Specialized hat dann noch nicht so gute Räder gebaut zu dem Zeitpunkt, oder? Ja, das war tatsächlich so. Also Specialized war ja in den 90ern dafür bekannt, eigentlich gute Fully-Mountainbikes zu bauen. Und ich glaube, das war ihr Steckenpferd, was sie hatten. Damit haben die angefangen, ja. Genau. Und wir haben, das muss ich lügen, ich glaube 2001, glaube ich, haben wir die ersten Specialized quasi auf der Straße mit eingestiegen in diesem Team bei uns. Und die hatten noch nicht mal Räder für uns. Also die ersten Räder, die wir gekriegt haben, waren tatsächlich auch Mountainbikes. Also wir haben im Dezember 2000 wirklich Mountainbikes bekommen, damit wir überhaupt trainieren konnten. Und dann kam, wie gesagt, 2001 im Frühjahr, im Januar, Februar, haben wir die ersten Räder gekriegt. Und ich will jetzt nichts sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob jemand davon Specialized hier ist, aber das war damals echt Schrott, ja. Ich kann mich da noch so dran erinnern, dass Marcel damals erzählt hat, die waren so weich, dass sie ihm ein Stahlrohr letztendlich in die Sattelstütze, oder ins Sitzrohr oder das Sitzrohr ausgetauscht haben, das war vorher aus Alu, dass es überhaupt irgendwie im Sprint hält. Also das war echt wirklich ein Haufen Schrott, wenn man so sagen will. Aber das ist, na gut, das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, ne? Ja, Fun Fact, ich glaube, heute kann man die fahren. Ja, würde ich jetzt auch bestätigen. Habe ich auch gehört, ja. Du bist dann sogar noch mal Specialized gefahren, kann das sein, bei T-Mobile? Nee, bei T-Mobile sind wir kein Specialized gefahren. Ich bin dann, wie gesagt, 2000... Wollen wir weitermachen in der Geschichte? Na klar. Ja, 2001 war das, genau, das war das Jahr, wo wir Specialized gefahren sind, bei Faszina, da bin ich ja gewechselt 2002 zu Coast. Und bei Coast sind wir damals, oh Gott, jetzt muss ich wieder lügen, was sind wir da gefahren? Bianchi sind wir da gefahren. Bianchi. 2002 sind wir Bianchi gefahren, genau. Und ja, da hat man uns auch ein bisschen belächelt, weil wir dann gelbe Trikots hatten und grüne Räder. Das hat dann auch nicht so harmoniert, aber wir waren wenigstens schnell. Ja, Team Coast. Das waren aber noch die Jahre, wo es funktioniert hat, oder? Die ersten zwei Jahre, oder? Ja, da kannst du vielleicht auch besser Auskunft geben. Also es war kritisch von Anfang an, glaube ich, oder? Es war immer eng, ja. Also die Gehälter kamen wohl direkt aus der Kasse, aus den Läden. In den Bar. Ist hier jemand, der die Coast-Läden noch kennt? Aber das ist ein richtig Kölner Produkt, oder? Ja, also das war so, da warst du echt cool, wenn du da einkaufen warst, hast du damals so eine Umhängetasche bekommen. Ja, aber auch nur in NRW, oder nicht? Also ich kannte das... Ja, kann sein, so Nordrhein-Westfalen und so. Nee? Nee. Ja, du warst ja auch nicht in NRW. Aber das war so ein Ding, das hast du dann so als Turnbeutel benutzt, weißt du? Ich weiß nicht, das war so... Ja, wie so... Wie so Ikea-Taschen heute. Ja, so ungefähr, ne? Das waren so eine bestimmte Art von Tragetaschen. Die hatten damals so mehrere Läden, wo man so eingekauft hat, und Coast war auf jeden Fall eins davon. Ja, und der Boss hatte irgendwie Bock auf Radsport, wie es halt so ist, und hat dann ein Team gemacht. Und wie bist du da reingerutscht? Ja, das war dann so, dass Festina 2001, war das letzte Jahr, die haben dann gesagt, okay, jetzt ist Feierabend. Haben dann übrigens in dem 2001 im Herbst die Vuelta gewonnen. War die erste und einzige Rundfahrt, ich glaube, Festina war 20 Jahre im Radsport irgendwie im Sponsoring tätig. Und es war aber die erste, also die letzte und die erste Rundfahrt, die sie überhaupt gewonnen haben, große Landesrundfahrt. Mit Beloki oder mit wem? Ne, mit... Gute Frage. Nächste Frage. Das kriegen wir raus. Wahrscheinlich in Spanien, oder? Ja, es war in Spanien, ja. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, das war der erste und einzige Grand-Tour-Sieg, den Festina jemals eingefahren hatte. Und danach war Schluss und dann hatte wieder auch Marcel wiederum diese Kontakte zu dem Herrn Darmes damals. Und hat gesagt, okay, komm, denn Festina hat ein paar gute Rennfahrer gehabt, da nehmen wir noch ein paar zu uns mit. Und dadurch sind wir dann letztendlich gewechselt nach Deutschland, beziehungsweise zum Kurs zu dem Team. Das war nicht nur ich, das war glaube ich Marcel auch. Und es waren auch ein paar Spanier dabei. Ich glaube sogar das halbe Team, glaube ich, hatte gewechselt gehabt. Angel Luis. Angel Casero. Casero. Noch nie gehört vorher. Doch, doch. Ja? Gerade zum ersten Mal. Aber dass er die Spanien-Rundfahrt gewonnen hat, hätte ich jetzt auch nicht sagen können. Also ich, weil wir so eine Historie durchgehen, ich würde trotzdem mal, bevor wir dazu kommen, wie es so lief, wie hast du eigentlich trainiert? Weil du warst ja vorher bei, Peter Sager war ja immer Struktur, dann bei Peter Becker, Schleifer, wo ich ja auch mal ein Jahr trainieren durfte. Da kann ich es nachvollziehen mit dem Schleifer. Und wie hast du denn als Profi trainiert? Also hast du einen Trainer gehabt oder so? War das so richtig Freestyle? Also ich hatte immer noch so ein paar Kontakte zu Peter Becker gehabt. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber im Großen und Ganzen haben wir das selber gemacht. Also ich meine, ich bin bis da, bis ich Profi geworden bin, hatte ich glaube ich schon 16 Jahre irgendwie auf dem Puckel im Radsport. Und also ich war damals der Überzeugung, dass ich weiß, wie es geht. Rückblickend betrachtet? Sehe ich das anders. Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Klar, logisch. Heute ist die Trainingswissenschaft auch wesentlich weiter, als sie damals war. Also damals war es tatsächlich so, du hast einen Vertrag unterschrieben. Ein, zwei, drei Jahre. Also drei Jahre war es schon eher selten. Also zwei Jahre war es schon, da konntest du dich schon von und zu schreiben. Normalerweise waren das alles Jahresverträge. Und ne, das war wichtig dem Team. Und wenn du performt hast, so wie sie es von dir verlangt hatten, war alles in Ordnung. Dann hast du im nächsten Jahr einen neuen Vertrag gekriegt und wenn nicht, dann warst du halt weg vom Fenster. So einfach war das. Ja, und da hat sich niemand darum gekümmert. Okay, wann hast du trainiert? Wie viel hast du trainiert? Oder hast du den ganzen Tag auf der Couch gesessen und Radsport geguckt? Also das war eigentlich relativ wurscht. Ja. Es gab ja dann irgendwie, zumindest jetzt wir Profi, waren Andi und ich so immer so das Ding mit französischen Teams, so Apfel-Diät. So Nachmittag immer nur ein Apfel. Also wenn wir Protein-Checks hatten, einfach nur mal gegessen, haben die halt ein Apfel-Diät gemacht. Also einfach nur Äpfel gegessen, um abzunehmen. War das bei euch bei Festina auch so oder war eigentlich egal, was ihr gemacht habt? Tatsächlich war es egal, ja. Also ich kann mich nicht erinnern, dass in meiner Karriere jemals jemand auf meinen Teller geguckt hat, was sie gegessen haben. Also vielleicht haben sie es gemacht, aber zumindest hat keiner was zu mir gesagt. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich gute Veranlagung habe. Also ich sah immer relativ fit aus, auch wenn ich es nicht war. Also auch immer so gleiches Gewicht oder was, oder ohne dich? Ja, das hat sicherlich auch geschwankt, aber es waren halt mal zwei, drei Kilo oder sowas. Zwischen Sommer und Winter, das war nicht so wie bei Ulle, dass du es halt wirklich gesehen hast, okay, Junge. Wie sah so eine typische Trainingswoche aus? Oder wie hast du das geplant, sagen wir mal im Winter, wie sah die Vorbereitung aus? Ich kenne da auch noch so ein paar Geschichten aus der Zeit, wo die dann gesagt haben, im November, da bin ich einfach jeden Tag 100 Kilometer gefahren. So, das war dann, dann hast du halt schon mal irgendwie 2000 Kilometer und dann hast du im Dezember, bist du dann vielleicht mal ins Trainingslager gegangen oder so. Wie sah das aus? Weil ich meine, heute kann man sich das halt gar nicht mehr vorstellen. Also wenn ich jetzt einem Juniorenfahrer sagen würde, guck einfach mal, wie das Wetter wird nächste Woche und dann fährst du, wenn gutes Wetter ist, fährst du viel und wenn nicht so gutes Wetter ist, fährst du ein bisschen weniger. Dann können die ja gar nichts mit anfangen. Also die brauchen ja dieses total strukturierte Training. Und ich meine, was ihr gemacht habt, war genau das Gegenteil. Also das war ja wirklich so. Ja, das stimmt. Also letztendlich war es wirklich so. Also ich meine, wir sind früher viel Grundlagentraining gefahren. Also ich muss auch dazu sagen, ich bin, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele Radrennen ich in meiner Karriere gefahren bin, aber ich habe auf jeden Fall mein Jahr gehabt, da bin ich 128 Rennen gefahren. 2005. Da war ich 280 Tage unterwegs in dem Jahr. Wenn du heute jemandem erzählst, die zeigen dir einen Vogel. Da fallen dir vom Glauben ab. Also das ist unmöglich. Die Hälfte, würde ich sagen. Also 65. Also 128. Das ist schon... Ja, aber ich bin in dem Jahr, ich bin in Gio gefahren. Ich bin die Tour de Suisse gefahren und die Wuelta gefahren. Allein das sind ja schon 80 Renntage. Und dann habe ich die ganzen Frühjahrsklassiker noch gemacht und und und. Und das ging halt ewig weiter. Und im Herbst die Klassiker alle noch gefahren. Also das ging schon. Und ja, also da war nicht mehr viel Zeit zum Trainieren. Also die Zeit, wo du zu Hause warst, da hast du halt dich erholt. Ja. Und dann, ja, da bist du aber, keine Ahnung, 80, 100 Kilometer locker Rad gefahren, aber wirklich nur locker so dahin gerollt. Und hast dich eigentlich mehr erholt, als dass du trainiert hast, ja. Aber grundsätzlich, ich sag mal so klar, in der Vorbereitung war es bei uns auch so. Wir sind meistens Ende November nach Südafrika geflogen. Und haben dann da unten vier Wochen bis Weihnachten ran ordentlich trainiert. Also einen Grundlagenblock gesetzt. Und ja, und dann war es dann so und nach Weihnachten direkt nach Mallorca wieder. Oder nach Neujahr direkt nach Mallorca. Mallorca hat in der Woche nochmal alleine trainiert. Und dann ging das Team-Trainingslager los. Und dann ging es ja eigentlich schon wieder komplett in die Vollen, ja. Ja. Teamkollegen bei Coast. Erstes Jahr. Erstmal aufgeschrieben, Zülle ist mitgekommen. Ein Torsten Wilhelms war da, der war schon bei uns. Das war auch relativ lustig. Hat er mir erzählt vorgestern. Fabrizio Guidi, Frank Heu und ein Mauro Giannetti zum Beispiel auch ein schillernder Name im heutigen Radsport immer noch. Ja, wer ist das? Das ist der Teammanager vom Emirates UAE Team. UAE, genau. Irgendwelche lustigen Erinnerungen an die Zeit, an die Namen? Ne, an Mauro muss ich ganz ehrlich sagen, nicht viel. Außer, dass er die gleiche Frisur hatte wie heute. Ja. Also er hat keine Haare. Paul-Fost-Frisur. Ne, also klar, Alex, Alex Zülle. Ich meine, das ist auch ein Name, denke ich. Alex hat auch die eine oder andere Rundfahrt gewonnen. Alex war immer ein lustiger Typ, ja. Mit Alex konnte man immer super Spaß haben. Aber jetzt irgendwie jetzt im Detail irgendwelche Geschichten kann ich jetzt auch nicht wirklich erzählen. Es gab mal so eine Situation damals, er ist ja auch damals bei Festina schon gewesen. Ich glaube, jetzt muss ich lügen. Auch 1998, glaube ich, der ist mit mir dahin gewechselt, als ich angefangen habe. Und da kann ich mich nur noch erinnern an ein Training, wo Alex und ich dann irgendwie, wir sind trainieren gefahren, alle, alle. Und bei Festina war es immer so, Achtung, fähig los, Vollgas. Und das war ich ja überhaupt nicht gewohnt. Und Alex zum Glück auch nicht. In den Trainingslager bin ich die meiste Zeit mit Alex gefahren, weil wir einigermaßen, wie soll ich das sagen, ruhig trainiert haben zu der Zeit. Ja. Aber es war für mich trotzdem schwer. Ja. Der war doch fast blind, oder? Also der hatte ja so extrem hohe Dioptrenzahl, oder? Und der hat... Alex hat immer, genau, wenig gesehen, ja. Aber er wollte ihn nicht operieren lassen damals. Das hat er mir mal erzählt mit seinen Augen, weil das war... Ja, er hatte, glaube ich, ein bisschen Respekt davor, vor dieser OP. Ja, aber, äh, genau. Alex hat wenig gesehen, aber er war ein lustiger Typ auf jeden Fall. Er ist am meisten alleine vorne weggefahren, von daher. Ja, gut, im Regen hilft das nicht unbedingt. Ja, das stimmt, ja. Also, ich kann mich noch genau daran erinnern, weil ich hab das auch irgendwie so genau verfolgt. Der fuhr am Anfang ja auch noch eigentlich mit so einer normalen Brille. Das war dann immer so sehr dickes Glas. Und dann wusstest du so, okay, jetzt fängt es an zu regnen, Alex Züll ist gleich weg. Also da hat er gar nichts mehr gesehen, oder? Und dann, nachher gab's dann halt so geschliffene Gläser schon mit so einer richtigen Radbrille und so. Aber am Anfang ist er auf jeden Fall immer nur so mit einer Brille gefahren. Deswegen ist mir so in Erinnerung geblieben. Verrückt. So, jetzt zu Team Coast, was im nächsten Jahr Team Bianchi wird. Irgendwann kommt Ulle dazu auch. 2003 ist nochmal großes Jahr. Also Team Bianchi mit Ulle, Tour de France, hab ich auf jeden Fall in dramatisch guter Erinnerung. Geile Tour de France gewesen. Wie war es innen raus? Wie ist das passiert? Man hatte irgendwie immer so die Info, das läuft finanziell nicht so gut bei Coast. Irgendwie gibt's dann auch unter den Fahrern schon Beschwerden. Du sagst so, Gehalt wurde aus der Kasse geholt. Wie hast du den Umbruch wahrgenommen, das Chaos? Bianchi springt dann ein als Hauptsponsor. Ja gut, ich war ja schon ein Jahr vorher da. Ich war ja schon 2002 bei Coast und Jan kam dann 2003 dazu. Ja, ich will nicht sagen, dass ich ihm da zugeraten hab, aber ich hab mich davon auch nicht abgeraten. Also er hatte damals irgendwie, ich glaub ich, er hatte diese Pillengeschichte bei T-Mobile, oder Telekom hieß es damals noch, und haben sie ihn entlassen. Und er hat ein neues Team gesucht. Okay, und die Verbindung zwischen uns ist ja nie abgerissen, die war ja immer da. Und wir haben uns darüber unterhalten. Ich sag, das ist eine Option, kannst du machen. Ich mein, am Ende musst du es selber entscheiden. Sicherlich hab ich da jetzt keinen Einfluss drauf gehabt. Aber ich glaube, man hat ihm ja irgendwo ein bisschen, ja, wie soll ich jetzt sagen, ein paar falsche Hoffnungen gemacht, dass das gut gehen kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Eigner sich damals auch ein bisschen übernommen hat mit der ganzen Sache. Und wie gesagt, diese aus der Kasse raus bezahlen, das ist jetzt kein Witz gewesen, auch wenn sich das lustig anhört, das war tatsächlich so. Es geht natürlich an einer bestimmten Summe relativ schwierig, ja. Und von daher gab es dann schon einige Unklarheiten, glaube ich, was die finanzielle Situation dann anging. Und irgendwann ist es dann eskaliert und man musste sich irgendwie Gedanken machen, also zumindest in der Teamleitung, okay, was macht man weiter, ja. Und dann kam halt mit Uli Pevenasch, glaube ich, jemand dazu, weil der war ja mit involviert da schon. Aber er hat dann einen anderen, glaube ich, Teammanager dazu geholt, der die Sache dann noch ein bisschen in Angriff genommen hatte. Und dann kam dieser Bruch von Coast und Bianchi war dazu bereit, quasi diesen Laden ein halbes Jahr weiter zu übernehmen. Und ja, und dann ging es eigentlich los, dass die Tour, ich denke mal, die war bekannt, hast du selber gerade schon beschrieben, die war legendär. Ja, das war eine enge Kiste damals. Und Uli war motiviert bis in die Haarspitzen wie lange zuvor nicht mehr. Ja, ist dann aber am Ende doch tragisch ein bisschen ausgegangen mit dem Sturz da auf der letzten Etappe. Ja. Aber ich denke mal, das hat ihm, glaube ich, auch extrem Sympathien nochmal gebracht, wie er da aufgetreten ist. Und ich glaube, auch er hat dann gemerkt, okay, ich muss mir selber an die eigene Nase fassen, ich muss jetzt meine Füße in die Hand nehmen, nur ich kann hier was ändern. Und das hat er, glaube ich, damals ganz gut umgesetzt. War eigentlich dann mit dem Bianke-Geld, lief das dann flüssiger bei euch oder war das immer noch so schwierig? Ich müsste jetzt lügen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist ja so, dass wenn du einen Vertrag unterschreibst, dann muss ja von der UCI, also vom Weltverband, abgesegnet werden. Und jedes Team ist dazu verpflichtet, drei Monatsgehälter als Bankgarantie zu hinterlegen. Also ich denke zu wissen, dass alle ihr Geld gekriegt haben. Ob sie es alle wirklich in dem Umfang gekriegt haben, keine Ahnung. Also es gab damals auch ein paar Gerichtssachen und und und, da ging es ein bisschen hin und her. Ich habe letztens noch einen Aktenordner bei mir im Büro gefunden, also von dieser Sache. Also aber ja gut, da ist für mich ein Haken dran. Keine Ahnung, ich kann es da nicht wirklich sagen. War das für dich oder euch so damals eh auch so ein Ding, also das kann halt mal so passieren? Also es ist ja jetzt im jetzigen Radsport passiert sehr selten. Man hat das Gefühl gehabt, das war auch so ein Zeitraum, wo es auch so ein paar Scams gab, wo irgendwie angeblich so große Sponsoren reinkommen, Teammanager unterschreiben schon mit Fahrern und dann explodiert das Ding. Gab es in Australien mal einen Fall und ich glaube in Europa wahrscheinlich auch. Andi weiß da mehr. Ja, das kam ja alle, also wenn man die letzten zehn Jahre guckt, so alle paar Jahre. Genau. Das ist ja immer so eine Geschichte. Aber war das für euch so damals, ja gut, ist halt so ein fragiles Konstrukt. Und man lebt damit einfach? Naja, so einfach leben tust du damit nicht. Ja klar, du kannst natürlich auch nicht viel machen, aber... Genau, genau. Ja, letztendlich bist du der Situation ja ausgeliefert, ja. Ich meine, wir versuchen irgendwo unseren Sport zu machen oder Geld damit zu verdienen mit dem, was wir gern möchten. Und da macht man hier und da sicherlich auch ein paar Kompromisse. Aber irgendwann endet das ja auch. In dem Moment, wo man irgendwo Verpflichtungen hat, Familie hat und und und, vielleicht ein Haus abbezahlen muss oder wie auch immer, ist das dann schon ein bisschen schwieriger. Also denkt man dann dreimal drüber nach, ob das jetzt gut ist oder schlecht, ja. Und je älter man wird, umso schwieriger wird es auch nochmal zusätzlich. Aber wir sind jetzt im Primetime-Teil, würde ich sagen, von Andres Karriere gelandet. Primetime, weil endlich der bekanntestes deutsches Profi-Team, glaube ich, bis heute. T-Mobile heißt es dann zu dem Zeitpunkt, ich glaube auch die ganze Zeit, oder, wo du da warst? Ja, genau, ab 2004 hieß das T-Mobile, genau. Stimmt. Und 2004 bist du da gelandet, glaube ich. Genau, von 2004 bis 2007. Jo. Gab es vorher nie die Möglichkeit für dich in das Team zu wechseln oder wolltest du gar nicht? Also ich meine, du hattest ja bei Festina eine gute Zeit, hast du gesagt. Also sagen wir mal nachdem es im September 98 weiterging. Nicht wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also bei mir war es tatsächlich so, ich war also elf Jahre effektiv Profi. Und ich habe, glaube ich, in den elf Jahren, ich hatte es vorhin schon mal kurz angefügt gehabt, wirklich immer nur Jahresverträge gehabt. Also es war nie so, dass ich jetzt irgendwie mal ein bisschen länger planen konnte in irgendeiner Form. Sondern wirklich, ich habe wirklich von Jahr zu Jahr irgendwo gelebt. Und mein letzter Vertrag, der ging tatsächlich über zwei Jahre, wurde dann am Ende aber nicht erfüllt. Also 2007 war es vorbei schon, oder was? Ja. Ja? Ja, also vier Jahre war es Team Mobile, ja. 2004 bis 2007. Und danach kam HTC, oder was? Und dann wurde es zu, ja, ich glaube HTC, glaube ich, oder? Oder wie hießen die? Highroad erst mal? Highroad erst, genau. Highroad hießen sie, genau. Also wir kommen gleich zurück, wie du da hingekommen bist. Aber warum wurde da nicht erfüllt? Also warum bist du nicht zur HTC mitgegangen oder zur Highroad? Da kommen wir näher nochmal drauf. Okay. Aber wie bist du bei Telekom und T-Mobile damals gelandet? Also war das so ein Ding, auch so Ulle-Connection-mäßig, oder war es so, okay, gute Ergebnisse plus deutscher Fahrer? Naja gut, ich war ja 2003 dann wieder verletzt gewesen. Ich hatte mit der Achillesse Probleme. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, als Jan dann wieder zurückgewechselt ist oder damals zur Telekom beziehungsweise T-Mobile gewechselt ist, konnte er dann ein paar Leute mitnehmen. Und da war ich einer von denen, die dann quasi mit einen Vertrag bekommen haben. Genau. Da war ein Tobi Steinhauser mit bei. Naja, vom Staff waren ein paar Leute mit bei, Mechaniker und Physiotherapeuten und und und. Und da bin ich dann in dem Zuge auch mit hingekommen, ja. War nicht für alle schön, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Es gab da schon ein paar unangenehme Situationen, auch von anderen Rennfahrern, die gesagt haben, okay, was will der hier? Ja, wie gesagt, ich bin ein halbes Jahr lang kein Rad gefahren davor und habe dann trotzdem den Vertrag gekriegt. Auch ein Stück weit nachvollziehbar. Aber gut, ich denke mal, am Ende habe ich mich dort vor Ort auch durchgesetzt und von daher ist mir das eigentlich im Nachgang eh egal. Konntest du mit solchen Situationen immer gut umgehen? Also mit, es sind ja dann auch negative Erlebnisse in dem Moment. Ja, es prallt einiges an mir. Also damals schon und das kann ich heutzutage auch ganz gut. Da kommen wir auch gleich noch zu deiner jetzigen Karriere dann, wo es wahrscheinlich auch manchmal der Fall ist, wo man Dinge abbreiten lassen muss. Ja, genau. Aber das ist auch nicht unüblich. Also so große Fahrer, die nehmen oft mal vertraute Leute mit, ob es jetzt Fahrer sind, wo sie sich darauf verlassen können oder eben, wie du schon sagst, eine Mechaniker, Physiotherapeuten. Also solche Wechsel gibt es öfter, also auch heute noch. Ich glaube, vielleicht jetzt so als deutscher Fahrer zum Beispiel Toni Martin, als der damals zu Quickstep gewechselt ist. Also auch mit so einer ganzen Truppe von Helfern, Betreuern, Mechanikern, die jetzt auch zum Teil heute noch da sind. Also das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass dann gerade bei T-Mobile dann natürlich Neider da waren, weil da wollte jeder hin. Das war so das Team zu der Zeit auf jeden Fall. Ja, ja, das ist tatsächlich so. Also wie du sagst, es gibt noch mehrere Beispiele. Also Peter Sagan zum Beispiel, als er zu Bora wechselt ist. Ja, doch, zu Bora. Er hat auch, glaube ich, Halbslowakei dabei gehabt. Sein Bruder. Genau, sein Bruder. Ja, ja. Also von daher, das ist halt gang und gäbe eigentlich. Also das ist jetzt, klar, du musst dann irgendwo letztendlich, und das ist mein Anspruch gewesen, dass ich mir trotzdem meinen Stand wieder erkämpfe. Aber wie gesagt, das denke ich mal, das habe ich aber trotzdem ganz gut hingekriegt, ja. Ja, da komme ich zu der Frage, wie hast du dich eigentlich in all der Zeit so von dir selbst ausgesehen als Fahrer entwickelt? 2.4 zum Beispiel, so ich habe schon am Anfang gesagt, du wiegelst ab so bescheidener Weise. Eigentlich jedes Jahr viele Top Ten Ergebnisse. Gut, wahrscheinlich auch als Sprintanfahrer öfters mal dann abgefallen, aber auch selber als Sprinter. 2.4 tatsächlich Profisieg Rheinland-Pfalz-Rundfahrt. Davon stehen nicht so viele drin. Ich glaube, war das ein Highlight auch selber für T-Mobile in Deutschland so ein Rennen zu gewinnen? Ja, klar, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich glaube insgesamt, ich weiß nicht, wie viele Siege ich hatte, also fünf oder vier, drei, ich weiß es selber nicht. Also normalerweise müsste ich es wissen, weil es nicht so viele waren, aber ich glaube, wie gesagt, dieser eine Sieg bei der Rheinland-Pfalz-Rundfahrt, der war gut fürs Ego. Ich habe es ja gerade schon gesagt, also das war das Jahr, wo ich dann zu T-Mobile gekommen bin, anfangs jetzt nicht unbedingt den besten Stand hatte da und intern und wie gesagt, ich mich aber hinten raus, wie gesagt, glaube ich, ganz gut verkauft habe. Und wie gesagt, mit diesem Etappensieg dann bei der Rheinland-Pfalz-Rundfahrt, das war für mich dann schon irgendwo auch ein Highlight, ja, muss ich die ganze Zeit nicht sagen. Auf jeden Fall haben sie dich auch gut rumgeschickt, ne? Also hier steht 11, also 11 einwöchige Rundfahrten. In dem Jahr, ja. In 2004. Und auch so in, glaube ich, in sieben, acht Ländern. Ja, ich glaube, mir würden jetzt mit viel Arbeit auch elf nur einfallen überhaupt, die jetzt stattfinden, einwöchige. Ja gut, da gab es ja, damals gab es in Deutschland ja schon vier oder fünf, ja, aber das ist aber trotzdem krass. Aber du bist wirklich auch durch die ganze Welt gefahren. Ja, ich habe es ja anfangs schon mal gesagt gehabt, also ich glaube 2005 hatte ich ein Jahr gehabt, da habe ich 128 Renntage gehabt und meine Frau hat mir dann mal erzählt, dass ich 280 Tage unterwegs war in dem Jahr. Ja, also, danke an Sie. Woran lag das? Also du hast eben mal angesprochen, du hast eine gute Veranlagung, dein Gewicht zu halten zum Beispiel. Also war das auch so, weil du immer fit warst? Also ich kenne das heute, wir haben auch so ein paar Fahrer, mit denen ich arbeite, die kannst halt jeden Tag anrufen und die sind immer gleich gut. Also die haben gar nicht so viele Ups und Downs, ne? Also das ist ja auch ein Zeichen von Verlässlichkeit, wenn man so, ja, eigentlich überall eingesetzt werden kann. Ja, das ist ja schon so, dass gerade diese Teams, die wollen ja natürlich irgendwo überall mitmischen in dem ganzen Zirkus, ja, und manchmal haben sie gar nicht genug Rennfahrer dafür. Also heutzutage sind da viele, sobald sie krank sind, können sie Rundfahrt nur noch mit drei, vier Leuten besitzen oder vier vielleicht, müssen sie ja mindestens haben. Und das macht natürlich bei einem Veranstalter nicht unbedingt einen guten Eindruck und so war es damals eigentlich auch, ja. Also man wollte immer die Maximalstarterzahl wenigstens an den Start bringen und dann hat man natürlich in dem Fall mich wirklich überall hingeschickt, ja. Also gerade in diesem ersten Jahr bei T-Mobile und also ich habe sogar, ich hatte sogar mal eine Situation gehabt, da hat man mich mit Fieber anreisen lassen, ja. Also und vor Ort hat man dann gemerkt, okay, du siehst ja scheiße aus, was willst du hier? Dann habe ich gesagt, naja gut, ich meine, mehr als sie sagen, am Telefon kann ich nicht, jetzt bist du überzeugt hoffentlich. Und dann sagt er, ja, fahr wieder nach Hause. Also es war tatsächlich so, dass wir wirklich damals wirklich überall hingeschickt wurden, wo ein Radrennen stattgefunden hat. Ich gehe mal wieder so ein bisschen auf die Kollegenliste ein. Das waren ja jetzt mehrere Jahre da und auch wieder schildernde Kollegen, auch viele Deutsche, die auch heute noch teilweise im Radsport aktiv sind. Ich fange mal an mit Rolf Aldag natürlich damals, dein Teamkollege. Und Erik Baumann, auch auf jeden Fall ein sehr lustiger Typ, den wir noch nicht eingeladen haben, aber eigentlich noch so ein bisschen auf der Liste stehen haben. Santiago Botero fand ich damals großartig. Heinrich Hausler, Markus Burkhardt, Kettle Evans war da, Giuseppe Guerini, Andy Clear, guter Besenwagenfreund. Klöden, Savoldelli, Vino Kurov, Wesemann, Zabel, Sevilla, der fährt immer noch. Gerdemann, ja wirklich, ich habe extra nochmal geguckt. Der gewinnt ja Klumlin auch immer regelmäßig noch seine Rundfahrten. Quatsch. Aber der sieht, ja doch, das ist kein Scherz, das sieht halt auch immer noch aus wie so am Ende, 20, 30. Aber er sah damals schon aus wie 16. Also damals, 30 war er, sah er aus wie 16. Okay, dann kann er noch ein bisschen, ja. Also du meinst, du hast gute Gene, aber ich glaube, die Seilen sind noch ein bisschen besser auf jeden Fall. Mit Sicherheit, wenn er, also vor allem, du brauchst ja die Motivation dazu noch, das ist ja das, woran es bei mir in Hagen würde. Oder halt sonst nichts, ne. Linus Gerdemann, Gerald Schiolek, Michael Rogers und André Greipel. Ist dir zu irgendeinem Namen noch was Lustiges eingefallen? Ne, also eigentlich der letzte, ja. Keine Ahnung, ob er die Story schon mal erzählt hat, der war sicherlich mal bei euch oder, Kringo? Ja, mirfach. Ich bin mal mit, glaube ich, meine letzte World, da war das 2007. Das war eine Etappe von, keine Ahnung wo, nach Andorra. Warte. Benaske nach Ordino, zehnte Etappe Vuelta, 213 Kilometer, 4600 Höhenmeter. Genau die. Die ist legendär, ja. Die hat sich bei uns beiden so eingebrannt. Also wie gesagt, ich war eigentlich immer, also ich sag mal so, ich hab mir immer bis dato, war ich überzeugt davon, dass ich weiß, wann ich reisen lassen kann und wann ich wieder zurückkommen kann ins Feld. Also ich konnte eigentlich ein Feld immer relativ gut lesen und dann war es tatsächlich so, das war eine Bergwertung, keine Ahnung, erste, zweite Götterie, wo ich gesagt habe, okay, jetzt lässt dich mal kurz in die Autos fallen. Fährst du schön in den Windschatten, dann wieder hinten, wenn es bergab geht, wieder zurück und fährst dann ganz locker wieder ins Feld rein. Und dann haben wir danach noch 120 Kilometer, das schaffst du auch noch. Na gut, gemacht, getan. Kringo war neben mir, André war neben mir und sagt zu Koffi, wir müssen nicht sein. Nee, wir müssen nicht, definitiv nicht, bleib mal hier, fahren wir gleich wieder hin. Na gut, und dann ging es aber nicht gleich bergab, sondern wirklich, keine Ahnung, 30 Kilometer erstmal flach weiter. Und das Feld hat richtig Gas gegeben und wir sind aus den Autos rausgefallen. Fakt war, letztendlich, wir waren 120 Kilometer vor Andorra irgendwo mitten allein in Spanien gestanden. Also wirklich ganz allein, komplett abgehängt. Und dann habe ich auch gedacht, leck mich am Arsch, das wird ein harter Tag. Also es war dann wirklich so, wir sind 25 Kilometer, also wir haben es gepackt, wir sind den Tag gefahren. Es war auch, naja, es war nicht okay, aber wir haben es geschafft, sagen wir mal so. Und 25 Kilometer vom Ziel sind wir wirklich am Hotel vorbeigefahren, wo unsere Füße standen und der Busfahrer stand und, und, und. Und ich war echt, ich war echt kurz davor zu sagen, Feierabend ist, scheißegal, ich steige jetzt ein und fertig. Und dann hat mich dann, aber André wieder so motiviert, hat er gesagt, komm Korb, jetzt sind wir jetzt hier, keine Ahnung. 95 Kilometer gefahren, jetzt schaffen wir den letzten 25 auch noch. Ja, aber, naja, hat ganz motiviert uns, oder ganz, ganz engagiert mich motiviert. Und dann bin ich gesagt, okay, fahren wir weiter. Und dann ging es aber noch nach Andorra hoch. Na gut, am Ende war es dann so, tatsächlich so, also wir haben es echt durchgezogen. Also wirklich beide richtig Charakter gezeigt. Ich glaube, wir hatten nur eine Minute Rückstand auf Scopetto. Also wir haben fast noch das Scopetto eingehaut. Ihr wart wirklich zu zweit. Ja, wir waren zu zweit, definitiv zu zweit. 120 Kilometer Leine. Witten in Spanien. Hatte ihr ein Auto bei euch hinten noch dran? Ja, es war ein Auto hinten dran, aber das hat uns nicht geholfen. Da saß Brian Hollen damals drin, den hatten wir auch mal versucht, um motivieren, uns mal eine Flasche zu geben, oder mal die, wenigstens die Klinke oder sowas. Dann sagt er, nix, entweder kannst du, oder kannst nicht. Ja, okay, wir haben es geschafft. Wir sind die Welter beide zu Ende gefahren. War die zehnte Etappe, hast du gesagt? Die zehnte Etappe, ja. Ja, da kommen ja noch zehn anschließend. Also wir haben es hingekriegt. Geil. Aber da mal eingehakt, das ist ja der Besenwagen hier. Den gab es ja nicht. Hast du denn mal im Besenwagen gesessen? Ja. Irgendeine gute Erinnerung daran? Ja. Nee, eine gute, eine echt gute. Ich bin mal 1900, das war in den 90ern, 96, 97 gab es mal irgendwo älter für Amateure. Und da war, ich frage mich jetzt nicht, wo der Start war, irgendwo in Spanien, es war im Juli. Und Spanien im Juli ist immer heiß, ja. Und ich, soweit ich mich erinnern kann, waren da irgendwie, keine Ahnung, 46, 48 Grad oder sowas an dem Tag. Also es war wirklich richtig heiß, ja. Und ich bin dann tatsächlich losgefahren und dann war die Moral, da war die erste Etappe gegenüber zwei Wochen. Da war die erste Etappe und dann ging es los. Und wirklich, die Moral war schon am ersten Tag bei mir durch. Also ich habe die Hitze einfach nicht vertragen und dann habe ich mir gedacht, so nach 30 Kilometern, weißt du was, wenn du jetzt als Erster aussteigst, hat der im Besenwagen bestimmt noch was zu trinken. Und dann habe ich das gemacht, bin eingestiegen nach 30 Kilometern, 35 Kilometern oder so, hat dann noch zwei eiskalte so Koks gehabt, die habe ich mir dann reingezogen und keine drei Kilometer später kamen 30 Mann. Ja, ich habe dann doch so ganz genüsslich an meiner zweiten Cola gezogen. Und alle anderen haben schön am Zahnfleisch gekaut, weißt du. Also das war legendär, das war eine schöne Erinnerung an den Besenwagen, ja. Also der Besenwagen hat dann im Laufe der Etappe, glaube ich, noch sechsmal in irgendwelchen Brunnen angehalten, weil da gab es ja sonst nichts, um Wasser aufzufüllen, aber mir ging es gut. Nice. Ja, dann sind wir eigentlich so T-Mobile 2007, langsam Richtung Karriereende, 2008 fährst du nochmal bei Volksbank, also in Österreich. Keine Ahnung, gibt es da aus deiner Warte noch was zu erzählen? Ja, kann ich was erzählen, weil 2008 weiß ich mich noch, ich weiß gar nicht, welche deutsche Rundfahrt das war, Niedersachsen oder irgendwas. Auf jeden Fall, mein damaliger sportlicher Leiter meinte, der André Korf, das musst du gewesen sein, fährt zwischen den Autos die ganze Zeit immer Sprints. Und er kannte dich wohl irgendwie, dann meinte er, wenn er das macht, hat er einen guten Tag. Weil das war eine relativ langsame Etappe und du hast dich zwischen die Autos zurückfallen lassen und immer wieder nach quasi von den Autos wieder hin zum Feld gesprintet, um Belastung in die Beine zu bekommen. Weiß nicht, dann hat er mich zurückgerufen, aus irgendwelchen Gründen hat er mir das gesagt, ich war kein Sprinter, aber er wollte uns das halt mitteilen, sein Wissen quasi. Da kannst du dich sicherlich nicht mehr daran erinnern, aber es war so eine Geschichte, die ich halt erzählt bekommen habe, quasi von meinem sprichlichen Leiter. Natürlich kannst du dich nicht mehr daran erinnern. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass ich das gemacht habe. Ich mache sicherlich ein paar dumme Sachen, aber das habe ich bestimmt weggelassen. Also wenn, dann war es keine Absicht. Es kann sein, dass ich wieder hin wollte oder wie auch immer. Was ich früher wirklich gemacht hatte, also im letzten Jahr vor allem, das weiß ich noch ganz genau, also um mich wirklich vorzubelasten auf ein richtiges Radrennen, zum Beispiel eine deutsche Meisterschaft oder sowas, bin ich am Tag vorher, musste ich 100 Kilometer Rad fahren. Ansonsten ging bei mir am nächsten Tag nichts. Also daran kann ich mich erinnern, ja. Also das brauchte ich am Tag vor dem Rennen. Also die 100 Kilometer mussten sein. Alles, was ich drunter gefahren bin, da wusste ich am nächsten Tag, geht gar nichts. Hast du dich die ganze Karriere immer nach Kilometer trainiert? Ja. Das ist auch echt interessant, ne? Ja, ich bin halt vom alten Schlag, weißt du. Ja, ja, nee, aber ich meine, das haben wir ja auch lange gemacht, bis dann irgendwann wir auf Zeit umgestanden. Aber das ist halt, in Bayern 100 Kilometer ist halt anders als im McPom, ne? Oder hier in Berlin, also. Ja gut, ich habe mir mal gesagt, ist das scheißegal. Wenn die Etappe 180 lang ist, ist das egal, ob du auf den Deich fährst irgendwo oder durch die Berge. Es bleibt 180. Also, klar, heutzutage sehe ich das auch anders. Aber im Grunde hast du recht gehabt. Ja, aber bei mir, also ich würde sagen, vielleicht so in der U23 hat sich das erst umgestellt, ne? Also vorher auch mal nach Kilometer, wie viel fahren wir morgen? Ja, keine Ahnung, 120. Nicht vier Stunden, nicht drei Stunden, sondern... Und dann irgendwann kam das. Aber, also, weil wir gerade über meinen Bruder gesprochen hatten, der war ja auch hier in Berlin auf der Sportschule mit dem anderen auch, dem Joey, der hier ist. Und die sind jetzt noch nicht so alt. Das heißt, es ist auch noch nicht so lange her. Und selbst die haben noch nach Kilometer trainiert. Und die haben es echt so gemacht, dass, wenn 100 draufstanden, sind sie halt dann, wenn die halt keinen Bock hatten, halt extra schnell gefahren, um halt dann quasi weniger Zeit zu haben, ne? Also weniger Trainingzeit. Aber natürlich ist Training auch ineffektiver, weil halt immer schön über dem Bereich, in dem man eigentlich fahren sollte. Ja, wenn man ein Hobby ist, trainiert man immer nach Kilometern. Du trainierst immer nach Kilometern. Ja, klar. Oder nach Schnitt. Ja, 30er Schnitt. Aber das, ja, hat man auch gemacht. Also ich hatte einen Teamkollegen damals, der hatte so eine Trainingsrunde. Und dann hat er gesagt, ja, wenn ich die nehme, mit dem 32er Schnitt fahre, also 32er Schnitt war damals echt schnell, dann gab es noch keine Aero-Laufräder im Training und so, da hatte man noch so weite Trikots an. Aber der sagt dann, das war so seine Standortbestimmung. Wenn das geht, so hat man das ja, also hast du wahrscheinlich auch so Sachen gehabt, ne? Also ich, ich kenne das auch noch von anderen Profis, die wussten, ah, wenn ich jetzt hier über die Welle drüberziehen kann und das tut nicht weh, dann habe ich eine gute Form. So, ne? Die hatten halt solche Marker und gar nicht irgendwie, ja, jetzt, ich habe, die kann ihre Schwellenwerte nicht, ne? Also das war einfach ganz normal. Also krass mein, du hast jetzt auch, ne? Hast ja eben schon gesagt, Zahlenwechsel bei dir im Alter. Jetzt merke ich auch schon so, oh Gott, ist schon ein bisschen was her. Ja, ähm, wie, wie war dein Karriereende für dich? Wie hast du das wahrgenommen? So, du hast ja auch schon Familie gehabt und so weiter. Also ist ja jetzt, bist ja nicht ins Nichts gekommen. Hast du schon direkt, hast du schon direkt Anschluss, Job oder Vorstellungen damals gehabt, wie es weitergeht? Hast dir da schon was aufgebaut vorher? Äh, nein, nicht wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe ja, um da nochmal drauf zurückzukommen, mein letzter Vertrag bei T-Mobile, der ging über zwei Jahre. Der wurde mir dann, äh, verwehrt das zweite Jahr. Also man wollte mich dann... Also eigentlich wärst du 2008 noch unter Vertrag gewesen. Genau, genau so ist es, ja. Also ich habe dann 2008 eigentlich noch einen Vertrag gehabt bei T-Mobile. Den hat man mir verwehrt, äh, ja. Ja, also es wurde nie offen ausgesprochen, aber ich sage es ganz ehrlich, da kam mir die Verbindung zu Jan dann irgendwo ein bisschen in die Quere. Äh, gut, ich habe da, ich habe das, ich habe meine Kohle gekriegt, brauchte nicht mehr fahren, von daher ist alles in Ordnung gewesen. Letztendlich, äh, und ich habe dann, habe dann 2008 dann nochmal gesagt, okay, ich möchte nicht aufgehört werden, sondern ich möchte das selber bestimmen, wann ich aufhöre und bin dadurch nochmal das Jahr bei, bei, beim Team Vorarlberg gefahren da in, in Österreich. Im Nachgang, sage ich ganz ehrlich, hätte ich das nicht machen sollen. Es war, war nicht gut. Also es, 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 es war gut, das Team war gut, es war alles in Ordnung, aber, aber es hat mir einfach nichts mehr gebracht, muss ich, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, also so ist, habe ich aber auch erst im Laufe des Jahres so mit, bekommen, dass, die Motivation war einfach weg und, äh, also ich hätte eigentlich schon ein halbes Jahr vorher aufhören sollen, oder zwei, zwei Sieben im Ende, Ende des Jahres aufhören sollen. Und, äh, ja gut, ich habe es dann halt durchgezogen das Jahr noch, 2008 und habe dann aufgehört und, äh, ja, und dann stand ich erst mal da. Und, muss ganz ehrlich sagen, ich habe dann bewusst erst mal nichts gemacht, gar nichts gemacht. Äh, ich habe meine Kinder kennengelernt. Ja, also, ich habe dann wirklich, äh, ja, mal komplett rausgenommen, äh, so, dass es teilweise tatsächlich von den, von den Nachbarn, dass die Nachbarn auf mich zukamen und haben gesagt, du, deine Kinder haben sich komplett verändert. Also, ich habe mich wirklich nur um die Familie gekümmert und das war es mir dann auch wirklich wert. Ich habe dann, äh, eine Ausbildung gemacht zum Trainer und habe dann aber auch ab 2009 so sporadisch schon immer mal, ja, im Radsport, Frauenradsport mitgemacht und habe dann ein bisschen ausgeholfen. Damals dem Thomas Lieser als amtierender Bundestrainer, äh, wenn da ein bisschen zu viel zu tun war, habe ich ein Trainingslager betreut oder Wettkämpfe betreut oder sowas, sowas habe ich dann mal schon gemacht, genau. Also, warst du auch direkt beim Frauenradsport dabei? Tatsächlich, ja. Mein erster Einsatz war 2009 im Frühjahr. Also, eigentlich direkt im Anschluss. Wann, also, ich würde jetzt gerne so ein bisschen vorspringen, wann hat dieses ganze Projekt, äh, Frauenvierer angefangen? Ähm, also, ich meine, wir haben vor drei Jahren fast, glaube ich, alle mitbekommen, ne, sind wir Olympiasiegerin geworden mit einem Vierer, Weltmeisterin und Europameisterin, Weltrekord, Olympischer Rekord, also irgendwie alles. Olympischer Rekord auch, ne? Ja, ja. Ja, genau. Also, alles gewonnen, was ging, aber da war ja ein langer Prozess, wir waren ja auch bei FES vor ein paar Monaten, die Folge kommt irgendwann auch noch raus, ein Materialwagen, und die haben, also, die schwärmen ja auch von, von euch, von den Mädels, äh, die Zusammenarbeit und, wie hat das angefangen? Also, gab es da irgendwann mal so irgendwie so einen Masterplan oder war das irgendwie so, ja, okay, man hat gesehen, das sind so vier Mädels, das könnte funktionieren? Naja, grundsätzlich ist es ja so, okay, ich in meiner Position jetzt als Bundestrainer bin dafür verantwortlich, auf der Bahn und auf der Straße letztendlich alles abzudecken, also jegliche olympische Medaillenchance, sagen wir es mal so. Und, äh, der Vierer ist halt irgendwo, naja, eine Disziplin, wo ich mir gedacht hatte, da kannst du mit relativ, ich will nicht sagen relativ wenig Aufwand, aber mit einem relativ einfach, wenn du wirklich konsequent arbeitest, schnell eine Medaille machen. Ja, und dann, äh, es gibt halt, äh, international, keine Ahnung, gibt es vielleicht 35 oder 40 Nationen, die den Vierer auf der Bahn fahren. Äh, und wenn du dich da qualifizierst für die, für die, für die, für die Spiele, dann, äh, kannst du da auch ganz schnell mal eine Medaille machen. Das war so meine Idee. Einfach so statistisch? Statistisch, ja. Wenn man das so will, schon, ja, klar, logisch. Warum durchgerechnet? Und dann hab ich mir, ja, doch, wirklich, ja. Ja, ich mein, äh, okay, der Frauenradsport war vor zehn Jahren sowieso noch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden. Und, äh, also ich möchte jetzt nicht schlecht reden, man muss das ja aber tatsächlich so sagen, also, es war damals ein Hobbysport vor zwölf Jahren, ja. Also, es war wirklich, also, es gab ganz wenig, ich glaube, als ich damals angefangen habe, 2012 in meiner Position, oder 2013, da gab es international, oder wurde alle, alle Radrennen international wurden von fünf verschiedenen Frauen gewonnen. Also, mehr Sieger gab es gar nicht, ja. Also, und das heißt, hieß für mich, okay, die Leistungsdichte ist einfach nicht da. Ja, und dann hab ich mir gedacht, wie gesagt, okay, was machst du gerade bezüglich dieses Vierers? Wen hast du zur Verfügung? Wer könnte dafür in Frage kommen? Und da hatte ich halt ein paar Sportlerinnen, wo ich Potenzial gesehen hab. Und dann hab ich die eine oder andere Überzeugungsarbeit leisten müssen, weil viele, gerade die jetzt auf der Straße unterwegs waren, wie damals Lisa Brennauer, wusste ich, dass sie mal auf der Bahn gefahren ist. Aber ob sie jetzt wirklich Bock drauf hat, das stand in den Sternen. Und, ja, okay, dann hab ich mit ihr gesprochen und hab gesagt, pass auf, so und so sieht's aus. Und dann hat sie natürlich irgendwelche Gegenfragen gehabt und hat gesagt, mit wem denn? Und wer soll denn da überhaupt in Frage kommen? Und hab ich ihr ein paar Namen präsentiert und scheinbar hab ich sie dann überzeugt gehabt. Und dann haben wir das Projekt angegangen. Und das war 2017 im Sommer, war das. Da haben wir da eigentlich damit so angefangen. Und wie waren dann so die ersten, habt ihr euch damals schon für Olympia qualifiziert gehabt, 2018? Wart ihr da am Start? Nee, die Quali, nee, 16 war ja quasi, die waren die Olympischen Spiele in Rio. Da waren wir, glaube ich, neun, davon neun startenden Mannschaften. Ja, schon 16 Jahre. Genau, und dann im Anschluss daran hab ich 17, wie gesagt, auch mit Lisa gesprochen und mit den anderen Mädels. Und dann ging die Quali, ging dann 2018 los für die Spiele. Und, ja, durch Corona hat das jetzt alles ein bisschen länger gedauert gehabt. Aber im Endeffekt hatten wir uns dann da eigentlich ganz gut qualifiziert. Und wie gesagt, also mit Lisa kam dieser Step wirklich, dass wir von Mal zu Mal bei jedem Radrennen, was wir gefahren sind, war eigentlich immer schneller geworden. Ja, also wir haben das dann wirklich so perfektioniert, dass wir gesagt haben, okay, am Ende bei den Spielen haben wir, glaube ich, dreimal Weltrekord gefahren. Nee, glaube ich nicht, weiß ich. Aber das war ja auch der Zyklus, wo ja auch alle anderen Nationen richtig zugelegt haben. Also die Australierinnen wurden viel, viel stärker, die Britinnen, also die sind ja alle, haben so einen riesen Step gemacht. Es waren dann nicht nur mal so zwei Nationen, sondern auf einmal ja mehr Nationen als Medaillen verfügbar, die wirklich um Medaille mitfahren. Genau, ja, okay, also wie gesagt, das ist ja das, was ich meinte. Also 2012, 2013 war das alles noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt, der Frauenradsport. Und man hat gemerkt, dass der Frauenradsport wirklich von Jahr zu Jahr einfach immer professioneller wird. Und das macht natürlich vor einem Vierer auch nicht halt. Also das ist natürlich, gilt dann für jede Disziplin, Radsportdisziplin. Ja, auf der Straße, im Zeitfahren oder auf der Straße ein Einzelrennen oder wie gesagt, im Omnium oder in einer Mannschaftserfolgung oder wo auch immer. Aber wie läuft das ab? Bist du ja mit einem Plan, hast du gesagt, okay, das Budget, was ich brauche, das sind irgendwie die Fahrer nicht gerne. Bist du irgendwie zu Patrick Mosso oder zu wem bist du hingegangen und sagst, ey, hier, so sieht das aus? Also du brauchst ja auch finanzielle Mittel dafür, ne? Ja, okay, ich meine, die finanziellen Mittel, die kriegen wir, okay, wie beantragen wir im Vorfeld. Okay, da geht es ja gerade, was die Quali angeht, um diese Finanzierung der Weltcups, weil die sind ja nicht immer in Europa, sondern weltweit. Und das ist eigentlich das Hauptmittel, was du brauchst. Und alles andere ist, wie gesagt, Überzeugungsarbeit bei den Rennfahrern. Und ich denke, das hat ganz gut gefruchtet, ja. Ihr habt ja auch extrem viele Taktiken ausprobiert. Also ihr wart da ja, wir hatten das bei uns schon in regulären Folgen. Es gab ja dieses Hub-Watt-Bike-Team, die ja auch crazy Taktiken gefahren haben mit irgendwie mega langen Führungen, was ihr ja auch gemacht habt mit der Mieke Krüger. Aber wie lange habt ihr da gebraucht, um die richtige Formel irgendwie zu finden, dass das wirklich gut funktioniert? Und wie viel Misserfolge gab es denn? Vor allem, wie viel Streit vielleicht sogar auch intern oder Auseinandersetzung? Den gibt es immer, aber da muss man halt mal Machtwort reden und dann geht das wieder. Also, ich will ja nichts sagen. Es sind ein paar Mädels im Raum, aber Frauen unter sich ist dann hier und da doch nicht so einfach. Also es ist dann schon sehr, sehr, wie soll ich das sagen, ein großes Gekeife, was dann losgeht. Aber da muss man halt immer auf den Tisch hauen, da muss man sagen, pass auf ihr Mädels, jetzt reißt euch mal zusammen. Ja, weil es gab tatsächlich Situationen, wo die Mädels auf der Bahn sich schon angeschrien haben, dass irgendwas nicht gepasst hat. Und sie, doofe Kuh oder was weiß ich was, wo ich dann wirklich mal sagen muss, jetzt ist hier Feierabend, auf der Radreinbahn möchte ich überhaupt nichts hören. Jetzt fahrt ihr euch zehn Minuten aus, eine Viertelstunde, dann fahrt ihr ins Hotel, meinetwegen getrennt, ist mir egal. Und dann setzen wir uns im Hotel zusammen und reden über alles. Und das war, denke ich, auch ein entscheidender Faktor, den Frauen in dem Moment zu sagen, pass auf, ihr müsst jetzt hier nicht beste Freundin werden, aber ihr habt alle ein Ziel. Ja, und das war, das war, das habe ich, glaube ich, ganz gut hingekriegt und, ja, ich denke mal, im Großen und Ganzen, der Draht zu den Mädels, der ist, glaube ich, ganz gut, was das angeht. Ich soll dich nach der Heimfahrt von der Bahn WM 21 aus Roubaix fragen. Von? Franzi Brause. Ja gut, ich meine, das war ein Jahr, das musste begossen werden. Dann, das war der letzte Wettkampf, Roubaix, und dann haben wir mal ordentlich gefeiert. Genau, ihr seid Weltmeisterin geworden, genau. Genau, Weltmeisterin geworden, genau. Dann haben wir halt mal ordentlich gebechert, waren in der Disco mit den Mädels, das erste Mal und das einzige Mal bisher, wo ich mitgegangen bin, muss ich auch dazu sagen. Ja gut, dann habe ich ihn auch nicht hinterm Berg gehalten und dann, ich glaube, um halb fünf bin ich ins Hotel. Ja, das war eine coole Party. Ja, ganz ehrlich, aber sehr gut. Ich meine, das Jahr war ja auch krass und wahrscheinlich auch bis zu dem Punkt, wenn du schon sagst, letzter Wettkampf, so viel Spannung aufgebaut über das ganze Jahr, den ganzen Titel irgendwie gewonnen. Irgendwann, ja, muss man sich auch mal gut gehen lassen. Ja, absolut. Das Jahr war wirklich, das war ja gigantisch. Also wir sind ja bei Olympia, wir sind Olympiasieger geworden, wir sind Weltmeister auf der Bahn geworden, wir sind Europameister geworden, wir sind Weltmeister im Team Relay auf der Straße geworden mit den Männern zusammen und da gab es Erfolg ohne Ende. Und wenn man da nicht anstößt, also am Ende des Jahres, dann macht man auch irgendwas falsch. Ein bisschen belohnen ist schon mal ganz gut. Wie schnell ist eigentlich dieser Erfolg wieder vergessen, so auch für dich so im täglichen Geschäft? Naja gut, ich meine, die Realität hat uns ja schon eingeholt jetzt, ja. Also man muss es ja ganz ehrlich zugeben, klar, das 22er Jahr ging noch so bis zur Hälfte einigermaßen erfolgreich rum und dann hat man gemerkt, okay, die anderen Nationen, die lassen nicht nach, die wollen auch. Und seitdem hakt es ja auch ein bisschen bei uns, ja. Okay, wir haben dann 22 im Sommer unsere stärkste Rennfahrerin verloren mit Lisa Brennoer. Also sie ist verloren, sie hat ihre Karriere beendet und von daher wurde es ein bisschen schwieriger in allen Disziplinen. Und ja, wir haben es, muss man auch ganz ehrlich zugeben, jetzt noch nicht geschafft, irgendwo eine Lisa zu kompensieren. Also wir sind da wirklich noch ein bisschen hinterher und ja, müssen wir fleißig weiterüben. Aber wie, weil ich fand das bei Franzi auch schon interessant, wenn sie halt davon redet, wir haben die stärkste Rennfahrerin verloren. Das heißt, man stuft sich dann ja selber herab in der eigenen Kommunikation schon und du sagst es als Trainer auch. Ja, ich meine das jetzt nicht unbedingt nur physisch, sondern auch mental, muss man ganz ehrlich sagen. Weil Lisa war schon, ja okay, sie war ein bisschen älter als die anderen Mädels und die hat schon auch mal reingehauen, wenn mal irgendwas schief lief. Also von daher, das meine ich halt mit als stärkste Rennfahrerin jetzt nicht unbedingt nur die Physis, sondern allgemein die Person an sich. Ja, ich meine, wir haben sie ja erhalten können insofern, dass sie immer noch als Trainerin arbeitet oder mittlerweile als Trainerin arbeitet. Aber es ist doch ein anderer Bezug, wenn Rennfahrer untereinander sind, als wenn jemand von außen irgendwo mit reingeht in so eine Gruppe. Und von daher, ja, auf Lisa war immer eine Bank, ja, das muss man einfach sagen. Also es gab nie eine Situation, wo, zumindest habe ich sie nicht erfahren, wo es mal gar nicht lief bei ihr. Ja, ja, und von daher, ja, das merken andere Sportler natürlich auch, wenn ich jemand im Team einen Zugpferd habe, auf das ich mich verlassen kann, ja, dann kann ich mich daran immer orientieren. Und das konnte man bei Lisa und dieser Faktor, der fehlt uns aktuell. Siehst du da Potenzial bei einer Sportlerin? Ja, also Potenzial haben wir ohne Ende. Ja, aber jetzt halt diese Leader-Position wieder einzunehmen. Aber es scheint ja wichtig zu sein, damit das Team auch erfolgreich sein kann. Ja, aber sowas muss wachsen, das muss einfach wachsen. Also das ist klar, logisch. Also ich sage mal, Franzi, brauchen wir uns nicht darüber unterhalten, die ist sicherlich noch die jüngste von allen, aber ist eigentlich vom Kopf her schon so weit, dass sie das sicherlich über kurz oder lang übernehmen wird, diesen Part. Aber jetzt, was macht dir mehr Spaß, so diese Erfolgswelle, nicht reiten, aber halt, also wenn man so dieses Momentum schon hat, das irgendwie weiter aufzubauen und konstant zu halten oder eigentlich sehr neu aufbauen, was komplett Neues zu schaffen, was jetzt der Fall ist, mehr oder weniger? Einfacher ist es, wenn die Scheiße bergauf läuft. Das ist einfach so, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich meine, da kann es nichts drauf geben. Du musst irgendwann von neuem anfangen. Das gehört dazu, ja. Und das, also es ist auch natürlich eine Herausforderung irgendwo und der stelle ich mich gern. Also ich finde das auch nicht schlecht, ja. Also ich gehe mal davon aus, dass, klar, wir müssen Rennfahrer entwickeln, aber das werden wir auch machen in den nächsten Jahren. Aber ja, in allererster Linie irgendwo geht es dran, irgendwo die Physis so auszubilden, dass wir sagen, okay, jetzt sind sie soweit und jetzt sind wir auch international irgendwo wettkampftauglich, ja, oder konkurrenzfähig. Ja, und wie schwer ist es? Weil momentan ist es im Juniorinnenbereich, kommen ja relativ viele gut hoch. Wir sind jetzt auch gerade wieder, wir hatten ja auch erzählt im letzten Podcast, Herr Franzi auch erzählt, es sind jetzt nur zwei Juniorinnen, zwei Juniorinnen nach China geflogen zur WM. Und wie auch Weltmeisterinnen? Einmal. Genau, also zwei Athleten haben drei Medaillen geholt und an einem Weltmeistertitel. Also das heißt, da kommt ja einiges hoch. Und wie schwer ist es, die aber auf der Bahn zu halten und dass die nicht diesen Weg, weil bei den Jungs ist es ja immer so, ne, sobald die richtig irgendwie gut fahren, dann gehen die ja eigentlich auf die Straße, bleibt ja eigentlich keiner wirklich auf der Bahn. Wie ist es bei den Frauen? Ist es da vielleicht sogar einfacher, die halten zu können? Ja, okay, die beiden, um die es jetzt ging, die ja so erfolgreich waren da in China jetzt, das sind ja eigentlich reine Bahnfahrer, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich denke mal, da wird die Schwierigkeit, die auf der Bahn zu halten, relativ klein sein. Allerdings muss ich ja zusagen, und das hatten wir schon des Öfteren, das Juniorenalter ist immer noch so eine Sache, okay, da kann ich noch viel mit Talent machen. Ich möchte jetzt niemanden schlechtreden, um Gottes Willen. Also wir haben da auf jeden Fall Potenzial. Allerdings gilt es ab der Frauenklasse, ab der U23-Klasse, okay, was mache ich zusätzlich zu meinem Talent? Wie bilde ich das weiter aus? Und da liegt, glaube ich, unsere größte Herausforderung, dass wir das irgendwie umgesetzt kriegen, dass wir die jungen Rennfahrer auch wirklich daran gewöhnen, Umfänge zu trainieren, um letztendlich irgendwo auf dieser Erfolgswelle aufzuspringen und weiterzuführen auch. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann bist du auch Straßennationaltrainer der Frauen. Richtig. Gibt es da irgendwelche Ziele, oder wie viel Prozent deiner Arbeit macht das aus? Und wie viel Einfluss hast du tatsächlich? Relativ wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, auf der Straße ist es eigentlich so, klar, ich betreue die Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, Olympischen Spiele, aber die Ausbildung und alles, was dazugehört, das wird in den Teams letztendlich gemacht und da habe ich eigentlich relativ wenig Einfluss drauf. Also so ein Team zu formen für Olympische Spiele oder für eine WM mit so einem Lern-Libbert ist dann extrem schwer. Also zu sagen, ey, wir haben jetzt hier schon dieses Wort Masterplan schon wieder Nutzer, aber bei anderen Nationen hat man oftmals das Gefühl, dass die eher in der Lage sind, da wirklich auch ein Team am Start zu stellen, was so, nicht, dass wir nicht das eigene Ziel haben, aber halt, die fahren dann besser zusammen, das ist bei den Männern ja auch schon bei uns in Deutschland oftmals das Problem gewesen. Also die WMs, die ich gefahren bin, da waren immer so ein bisschen so ein Rumgeschache, wer zahlt irgendwie viel Prämien so und für die bin dann gefahren nach dem Motto. Und ich weiß nicht, bei den Frauen ist das wahrscheinlich nicht ganz so der Fall, aber würdest du dir wünschen, dass da eine andere Angehensweise wäre in Deutschland auch manchmal? Klar, ich kenne das von den Männern auch, ja, also auch schon damals war es so, aber nee, bei den Frauen ist das ganz anders. Ich meine, okay, wir haben jetzt in der Weltspitze nicht wirklich viele Rennfahrerinnen, die da wirklich mitmischen können, ja, also ich meine, Lilly ist die, die irgendwo aktuell da vorne wirklich in der Weltspitze mitfahren kann und die hat hier und da auch ihre Chancen schon gehabt. Klar, wir bräuchten in der Breite da ein bisschen mehr. Ich muss allerdings dazu sagen, gerade mit Liane, in diesem Jahr, dadurch, dass es vier Monate eigentlich ausgefallen ist im Frühjahr, sind wir jetzt im Nationenranking ja schon auf Platz 12 abgerutscht oder sowas. Also wir können ja jetzt froh sein, wenn wir überhaupt noch entsprechend viele Rennfahrer an den Start kriegen, damit wir Liane, wenn sie denn gut drauf ist, auch entsprechend unterstützen können. Ja, okay, und dann kommt es immer noch auf den Kurs drauf an, ja, ich kann mich erinnern, keine Ahnung, also wenn wir einen Kurs haben, wie in Rio zum Beispiel, bei den Olympischen Spielen, ja, da braucht man komplett andere Rennfahrer, als es jetzt war, wie in Paris, ja, also in Paris war es ein Klassiker-Kurs und in Rio war es ein absoluter Bergkurs, ja, da musstest du ein-, zweimal richtig einen Berghof fahren können und da warst du vorne dabei. Also man muss das halt immer sehen, okay, was hat man für Rennfahrer-Potenzial, ja, und wer kann was? Also das spielt dann auch schon noch mal eine große Rolle, wie man das umsetzen kann, ja, also ich sag's mal so, also ohne jetzt irgendwelche Prognosen irgendwie vorzunehmen zu wollen, aber eine Liane aufgrund der Tatsache, dass sie in diesem Jahr relativ lang krank war im Frühjahr, kommt aktuell immer besser in Schuss und ihr kommt dieses Jahr die WM eigentlich extrem entgegen, also zumindest der Kurs. Ja, also ich will jetzt hier niemanden unter Druck setzen, aber... Ja gut, aber für den Kurs haben wir aber schon auch noch ein paar andere gute Fahrerinnen, die sie unterstützen können, mit Niedermeier, ich weiß nicht, wie es so ein... Bauernfeind. Bauernfeind aussieht, die verletzt ist. Die fällt auch noch raus. Ricarda ist aktuell noch verletzt, genau, da haben wir noch, auf die Unterstützung können wir nicht zählen. Klar, da haben wir mehrere Optionen, oder hätten wir mehrere Optionen, aber, ja gut. Also wie gesagt, die WM kommt uns entgegen, die EM wahrscheinlich eher nicht dieses Jahr. So, verschiedene Abschlussfragen vorbereitet, aber ich glaube, was bei dir relativ gut ziehen könnte, ist dein schlimmster Hungerast. Du bist doch auf jeden Fall noch eine Generation, die Hungerast kennen. Ja, ja, bei uns war noch Trinken ein Zeichen von Schwäche, genau. Mein schlimmster Hungerast. Das sind so viele, ne? Ja, das kann ich gar nicht jetzt so sagen. Es war bestimmt irgendwann mal, keine Ahnung, nee, kann ich echt, weiß ich, kann ich mich nicht an erinnern. Also ich bin nicht verhungert. Dann musst du leider deinen Song der Woche rausgraben. Oh. Oder Song deiner Karriere. Song meiner Karriere? Oh Gott. Es wurden mir schon so Songs zugetragen, Flieg kleiner Wellensittich und sowas, aber ich will einen gescheiten Song noch von dir. Kennt ihn alle? Hä? Ne, also den muss man mal nachschauen auf jeden Fall. Also das ist aktuell ja der Hit, also bei uns intern, ja. Habe ich ja jetzt richtig verstanden, dass da so ein Teil des Songs deinen Namen quasi, man könnte es raushören. Man könnte es raushören, ja, aber es ist auf jeden Fall lustig. Also ich habe da kein Problem mit, ich finde das gut. Müsst ihr euch mal anhören. Ja gut, dann müssen wir diesen Song auf jeden Fall auf die Playlist packen, wenn wir diese Folge rausbringen. Das solltest du machen. Flieg kleiner Wellensittich von Teddy. Genau. Sehr schön. Wie sieht denn dein Jahreskilometerstand auf dem Rad heute so aus? Ich kann es dir nicht ganz genau sagen, aber es bewegt sich zwischen 2.000 und 3.000 Kilometer im Jahr. Also wirklich wenig. Ist das mehr als bei dir? Ne. Ne? Ne. Wie will das du? Ein bisschen mehr. Also ich bin gestern Rad gefahren, zwei Stunden. Zwei Stunden. Sehr, sehr gut. 60 Kilometer. Immerhin, 30er Schnitt, bist gut in vorn. Gut gerechnet, ja, ja. Mit Berg. Aber ganz ehrlich, ich muss nicht unbedingt mehr Fahrrad fahren. Also wenn das Wetter es zulässt, ist es schön, dann bin ich gern dabei. Aber ansonsten, also mir reicht es schon, wenn es bewölkt ist. Sorry. Leute, euch das sagen zu wissen, aber ich habe mir geschworen damals, als ich aufgehört habe, ich mache mir nie wieder eine Nummer ans Fahrrad und dem bleibe ich treu. Oder ans Trikot, sagen wir so, nicht ans Fahrrad. Na ja, wenn ich diesen Tag mit André Greibler erlebt hätte, wäre das auch so bei mir. Ich weiß nicht, ob es daran lag, aber nee. Also klar, ich fahre schon immer noch gerne Fahrrad, aber da muss auch alles passen. Dann dürfen die weißen Schuhe nicht dreckig werden. Gut, das ist doch ein schönes Schlusswort hier. Dann bedanke ich mich vor allem bei dir. Vielen Dank. Ich bedanke mich bei euch. Dankeschön. Und bei allen, die da waren und hier gelauscht haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Und ja, lasst gleich noch ein bisschen quatschen und danach kommt gut nach Hause. Danke. Danke.